Gucken wir mal, was sich jetzt verändert hat und wie dieses Spiel mich überhaupt leiten wird. Weil ich gehe jetzt in dieses Spiel rein, nach monatelang nicht mehr spielen. Da muss ja irgendwas aufploppen, wie hey, guck mal, das kannst du jetzt machen. Ja, ich weiß, dass da was free war. Ich habe da auch heute Morgen reingeguckt, aber ich habe nicht gesehen, was free war. Ich habe keine Ahnung, was da free ist. Das war jetzt nicht wirklich ersichtlich. Wir können gleich nochmal gemeinsam reingucken. Aber ich glaube, ich sehe da nichts. Hier spricht Commander Sophia Daguerre von der USSA. Das ist ein Notfall. USSA, kommen! Bitte kommen, USSA! Komm bitte! Fehlfunktion bei Wiedereintritt. Ich wiederhole, wir sind abgestürzt. Irgendwo. Mannschaftsstatus? Unbekannt. Sendekoordinaten. Meine Position ist stabil. Aber unbekannt. Bitte beeilen Sie sich! Alles klar. Keine Ahnung, was da abgeht, aber ich weiß, dass ich was trinken muss. Äh, aufbereitetes Wasser. So, ich muss noch was essen. Oh Gott, das war nicht was zu essen. Haha, egal. Passiert. Irgendein Icon war... Umbe. Achso. Super. Wir sind da wieder sehr großzügig. Oh, verdorbenes Fleisch, verdorbenes Gemüse. Cool. So, habe ich hier noch irgendwas anderes zu essen. Aber ich muss auf jeden Fall nach Hause und irgendwie was zu essen holen. Wahrscheinlich. Gut. Ein Wörf, den ich hier habe, ist ziemlich im Arsch. So, was haben wir denn? Die Neuankömmlinge. Höre dir die Übertragung der Aufseherin im Radio an. Untersuche das Notsignal. Schau dir die Neuankömmlinge für Vault 76 an. Alles klar. Erstmal, ist das mein Zuhause? Wo ist mein Zuhause? Ich weiß es nicht mehr. Ach doch, hier. Da war mein Zuhause. Gucken wir erstmal in unser Camp rein. Gucken wir, was sich da so getan hat. Wir werden alle sterben. Hat noch gefehlt. Ja. Gut. So. Cool. Das Problem wurde immer noch nicht behoben. Ach ja. Mein Zuhause. Wisst ihr noch damals? Okay. Die Kröte im Glas. Ja, gut. Aber der Schaukasten. Wieso war mein Schaukasten leer? Wo war mein Schaukasten? Zuweisen. Der Kopf wird hier nicht mehr angezeigt. Warum nicht? Warum denn nicht? Es war das Beste, was ich jemals gefunden habe Und es geht nicht mehr Okay, deinstallieren Aber es ist wirklich Ich habe das gefeiert Und jetzt geht es nicht mehr Vor allem das Augenbot-Modell ist auch nicht mehr drin Und hier ist doch auch eine Waffe drin Wieso wird das nicht angezeigt? Oh, warum nicht? Ich mache mich jetzt schon aggressiv Hey, das Spiel ist besser geworden Ich sehe schon Ich sehe neue Markierungen auf der Karte Das sehe ich Und ich sehe, dass ich eine eigene Markierung hier habe Die muss erst mal weg Ähm, wie kriege ich die weg? So, was haben wir hier? Der Luft des Todes ist gleich geblieben Da ist die Quest mit den neuen Klimmlinge Schieß Scheiß Spiel ohne Kopf Was haben wir hier? Die Quests sind immer noch gleich Kampfroboter Oh, was ist das denn? Öffne den Spind des Bergarbeiters Achso Huch Geh zu Mr. Schrott Okay Guck mal, da kann man kleine Sachen machen Da überall sind diese Mini-Quests Sammle einen Wasserdaten-Holoband ein Sprich mit der Aufseherin Ach, jetzt ist die Aufseherin auch vor Ort Cool Das ist auch den Red Rock Okay, wir können auf jeden Fall einiges machen So, ich wollte erst mal meine Sachen reparieren Und äh, was zu essen mitnehmen Nein Ach, das ist das Labor Ach, sind deaktiviert und Oh, super Warum? Ich muss erst mal meine Sachen dann wieder reintun Schrott war das, glaube ich, ne? Bevor ich die jetzt verliere Schädel Was war der andere? Hab ich den Aggressortron-Kopf drin? Ich glaub schon Bin mir nicht sicher Scheint so Na gut, dann reparieren wir erst mal unsere Sachen So, was haben wir denn hier? Unsere Waffenwerkbank Modifizieren und reparieren Ach, der Fernator Stimmt ja Aber der ist fast kaputt, ne? Ja, die 10 Millimeter ist auch fast kaputt Äh, untersuchen, reparieren Kaparaturbank Zack Und der Fernator muss repariert werden Sehr schön Du meinst wie ein Fallout? Natürlich ist dir die Animation gleich geblieben Also Also Ich Keine Ahnung Gibt es auch noch Siedler, mit denen du reden kannst? Also ich habe Hier momentan gar nichts Bei mir zu Hause Vielleicht Kann man welche einladen Zu sich Ich weiß es nicht Das müssen wir alles noch herausfinden Ich bin jetzt gerade das erste Mal wieder ins Spiel reingekommen Und wir gucken jetzt gemeinsam, was es hier gibt So Äh Da ist meine Kiste, ne? Gesamten Schrott lagern Ich habe auch wieder Waffen und Ende dabei Ich trage auch wieder zu viel Och Gott, was habe ich denn hier? Loopbeflekter Laser Er kann immer noch Nur 800 lagern Was soll denn der Scheiß? Höhere Ah Höhere Feuerrate Und 15% höhere Nachladegeschwindigkeit Er verursacht doppelt Schaden Wenn es zielvolle Gesundheit besitzt Ich glaube, den wollten wir aufleveln, ne? Ich glaube, den wollten wir aufleveln Wir haben noch den Todeskrallenhandschuh dabei Das kommt weg Bis ich weiß, was ich damit machen wollte Das kommt auch erstmal weg Ich muss erstmal wieder reinkommen Das ist ja mein Jetziges Präzisionsgewehr, glaube ich, gewesen, ne? Schadensresistenz beim Zielen Schaden gegen Superbutanten Schaden, wenn du zielst Mit 171 Damage Ah, gut, das macht keinen Sinn Kann weg Wir haben ja die Angestachelte hier Wir brauchen halt noch ein Visier dafür Falls ich sowas überhaupt machen wollte Ich weiß es halt alles nicht mehr Und der Frenator war mein Sicherheitsding So Speerrüstung Das kann erstmal alles weg Ich weiß noch nicht Ich muss erstmal wieder reinkommen Meine Baggerrüstung sieht auch komisch aus, ne? Ist die noch da? Ich muss das prüfen Ich muss prüfen, ob meine Baggerrüstung da ist Okay, alles in Ordnung Morgen nach ihm? War das nicht am 4. Mai? Ich glaube, am 4. Mai durften sie wieder öffnen oder nicht? Ich glaube, dem war so Ja gut, dann würde ich sagen Geben wir einfach mal über... Oh, warte, warte, warte Was ist das denn? Stufenaufstieg? Oh, Paul Richard, moin Äh, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was wir jetzt nächstes machen wollten Zwei Punkte ungenutzt Weiß noch jemand, was wir vorhatten? Ich weiß es nicht mehr Wir lassen den Punkt erstmal offen Bis wir ein bisschen gespielt haben Und ich herausgefunden haben und ich herausgefunden habe, was ich machen wollte Eine Sache hat sich nicht geändert, Zero Die Kiste ist immer noch so klein wie vorher Ja, ganz genau, das habe ich ja schon erwähnt Fand ich nicht so toll Wahrscheinlich kannst du dir mehr mit echtem Geld kaufen Gehen wir zuerst mal zu Vault 76 Und begrüßen die Neuankömmlinge Das ist auf jeden Fall sehr enttäuschend Dass die Truhe immer noch nur 800 fassen kann Also auf 1000 hätte ich mich schon gefreut Weil so ein bisschen mehr, das wäre echt schon geil gewesen So Was haben wir in Newton so schön ist? Hallo, Pennington Oder Pennington Oh, Sir Diese jungen Damen da unten Wirken außerordentlich lebendig Sie haben bisher keinen Kontakt aufgenommen Aber vielleicht könnten sie mit ihnen reden Ihre zivilen Absichten verifizieren Wie ist eigentlich die Lautstärke? Ist das okay? Ich meine, im Endeffekt werde ich das für YouTube sowieso umbearbeiten Aber es muss ja im Stream auch funktionieren Okay, es gibt hier auf jeden Fall lebendige Leute Ähm Was war hier draußen los? Das ist eine gute Frage Bis vor kurzem war es außerordentlich friedlich hier Ich blieb auf meinem Posten Begrüßte Nachzügler aus dem Vault Und ergötzte mich an der natürlichen Pracht von Appalachia Aber kürzlich scheinen Menschen nach Appalachia zurückgekehrt zu sein Diese zwei und noch mehr Von der Nicht-Vault sorgte, meine ich Alles höchst beunruhigend Wer weiß, was sie im Schilde führen Ah, dann ist gut, dann ist gut Ähm Ja, es sind auf jeden Fall die Leute jetzt endlich herangekommen Denkst du, sie führen was im Schilde? Ich halte hier bereits lange genug Wache, um zu wissen Dass die Leute außerhalb des Vaults nicht immer die besten Absichten haben Ich sage es nicht gern, aber es ist so Okay, und hast du eine Ahnung, was die hier oben machen? Nur, dass sie wohl persönliches Interesse daran haben, den Vault zu betreten Eine wirkte verstört, als ich sagte, dass die so möglich sei Aber ich bin nicht sicher, ob sie mir geglaubt hat Okay Na gut, die Aufseherin, wir wissen ja, wo die ist Passen Sie auf sich auf, Sir Endes Gleitiger Ärger im Wayward Ich muss doch einen Weg da reingeben Ich hoffe, ich stimme das erst einmal Oh, ein Vault Bewohner? Hey, du! So, wer ist von euch die Gestörte? Die sehen beide ziemlich gestört aus Die auf Drogen und die irgendwie traurig Wow, wow, ganz ruhig Wollte dich nicht bedrohen, nur ein paar freundliche Fragen stellen Du kommst aus dem Vault, oder? Ich dachte, der wäre leer Moment, ist die Tür noch offen? Die Tür ist fest verschlossen, da kommt niemand rein Ich habe den Vault vor einiger Zeit verlassen, aber er dürfte immer noch fest verschlossen sein Wahrscheinlich ist jetzt alles leer Ich glaube, da ist niemand mehr drin Welche Interesse habt ihr an Vault 76? Wieso sage ich immer 96? Erstmal fragen, was für ein Interesse sie haben Meine Partnerin und ich müssen in diesen Vault Wir haben im Wayward einen Tipp gekriegt Das ist eine neue Bar da unten an der Straße So ein Kerl hat erzählt Nachdem du ihm unsere letzten Kronkorken gegeben hast Außerdem hat er erzählt, dass in diesem Vault Du weißt schon, das große Ding liegen soll Die letzte Chance, unsere Pechsträhne zu beenden Das große Ding? Lügen Oh ja, das große Ding darin Wir konnten es einschließen, aber ich bin gerade so mit dem Leben davon gekommen Das ist gut Moment Moment, was? Der verarscht dich, Lacey, sieh das ein Wir wurden betrogen Aber das waren unsere letzten Kronkorken Nein, irgendwer muss ja was wissen Wir bleiben so lange, bis wir was erfahren haben Wunderbar Hör mal, danke für was auch immer Ja, bitte Also Wenn du Sonst nichts mehr brauchst Äh, Big Bronx Teilweise Sniper-Bild Ich gehe auf Sniper und Kleimpistolen Willst du mir sagen, was dieses große Ding ist, das du hier suchst? Könnte ich machen Aber nachdem du uns so rumgeschubst hast, sage ich Nein Ich hab doch nur Spaß gemacht Ist jetzt nicht so als Wenn ich das ein größter Arschloch der Welt wäre Also Ihr seid die ersten Leute, die ich sehe Ich musste Ich bin ein Troll, ja Also wenn ich Leute sehe Und nach Zehn Jahren Leute das erste Mal wieder sehe Dann will ich dir verarschen Alles klar Was kannst du mir über das neue Gebiet erzählen? Über Appalachia? Nein Außer, dass es ein Friedhof ist So viel dazu Wir sind ja noch nicht lange hier Aber nach allem, was wir so gehört haben Das Gebiet hat's echt übel erwischt Kurz danach Sind diese Dinger aufgetaucht Ach, die verbrannten Die sind erbarmungslos Haben wohl alle ausgelöscht, die die Bomben überlebt hatten Und ohne Menschen Das weiß ich doch schon Ich habe selbst eine Bombe auf die geschmissen Mhm Bist du? Ich muss einen Test machen, Leute Nur ein Test Das Schöne ist, in diesem Spiel kann man nicht speichern Das heißt, alles, was ich mache Äh Könnte fatale Folgen haben Hab ich nicht getroffen? Nein, geht nicht Fake Ihr seid nicht real Ich wusste, dass ich mir Dass ich Dass ihr eingebildet seid Von mir Okay, vielleicht treffe ich auch gar nicht Brauchen wir sie mit dem Ding, glaube ich Und wenn ich unsichtbar werde Sehe ich nicht mal, wo ich hinziehe Geht doch So kann ich euch noch Ich habe nicht geschossen Ich schwöre es Kann ich mit dir noch mal reden, Verrückte? So jemandem wie dir Habe ich nichts zu sagen Und dann darf ich dich mal umbringen Besuche das Wayward Ja, das wollte ich doch wissen Was ist Wayward? Was ist hier noch? Sammle Bodendaten Ja, super Hallo Deadline So Ist das Wayward? Ne, ist das Notsignal Wayward, da Lage der Aufseherin Oh Hm, wieso nicht? Aliens Schöne Bilder, die ich gemacht habe, ne? Manchmal könnte man denken Ich bin ein Psychopath So Die Aufseherin ist ja nicht hier, ne? Gibt es hier wieder was Neues in der Kiste? Ach, das ist jetzt Meine Lage der Kiste, alles klar Apropos Ich hatte noch ein paar Sachen drin, ne? Die wir lernen können, ne? Wo war das drin? Notizen, ne? Da So, und wir haben noch ein paar Schatzkarten Können wir auch noch mal suchen Alles klar, das Wayward Was gibt's denn hier so Schönes? Neue Leute Hallo Hallo, neues Gesicht Willkommen im Wayward Geh einfach rein zu Duchess Auf der Veranda sind Verkaufsautomaten, falls du Kugeln und Medikamente brauchst Der Donkel Was wir unterwegs gesehen haben Da wünsche ich mir, dass Bessie noch ihre Waffen hätte Teambereich Ein privater Bereich für deinen Charakter Nur du und deine Teammitglieder können sich hier aufhalten Freunde und Fremde können hier nicht eintreten Triff wichtige Storyentscheidungen, die weitreichende Konsequenzen haben In einem Solo-Bereich wird dein Fortschritt seltener automatisch gespeichert Also stell sicher, dass dein Quest-Fortschritt gespeichert wurde Bevor du diesen Bereich Bevor ich was mit diesem Bereich mache Oh Ich weiß es nicht Dann ist ja gut, Achim Dann ist ja gut So Ein persönlicher Bereich Wir sind jetzt im Singleplayer-Modus Lady, ich wisch den Boden mit dir auf Wenn du mir nicht sofort verrätst Und Crane Schatz ist Schätzchen Ganz schlechtes Timing für einen Rank Ich wollte ihn erschießen Hey, wer bist denn du? Hey, du Willst du Ärger oder was? Weil dann Kann ich dir helfen Ich wollte dich erschießen Wahrnehmung Ich Ich lenke dich nur ab Damit dir der Kerl da hinten Den Schädel wegpusten kann Hey, du Ein bisschen Hilfe wäre nett Nimm doch bitte die Waffe runter Du bist in der Unterzahl Lass uns einfach reden Ich bin kein Waffenexperte Aber ist das Absicht Dass in dem Lauf was feststeckt? Glück Ha, tatsächlich kann man mit ihm kämpfen So, was mache ich? Was wäre so mein Stil? Das ist ja auch ein Glück Ich denke Verarschen Verarschen ist immer das Beste Du? Oh, da ist ja wirklich einer Hab doch gesagt, dass das übel endet Danke für die Unterstützung Und jetzt komm doch mal her Damit ich dich anschauen kann Da war ja wirklich einer Den hab ich nicht gesehen Ey, ich mein Natürlich wusste ich, dass das da einer ist Hallo Mord Solltest dich erstmal bei Duchess melden Du siehst ein bisschen durch aus Kann man hier irgendwas klauen, was wichtig wäre? Was passiert, wenn ich euch was klaue? Hast du das gesehen? Hm? Und das? Hm? Stört dich das nicht? Okay Oh, das heißt Ich kann mich hier bedienen, ja? Ich brauche eh Essen Handeln Na gut Duchess Hm Nicht gerade der beste erste Eindruck Hatte mir das anders vorgestellt Tut mir leid, Schätzchen Die erste Runde geht auf mich Ich heiße Duchess Kann ich was für dich tun? Oh, Duchess Dringend zugefügt Äh, worum ging es? Hat er was von einem Schatz erzählt? Wenn ich das wüsste, Schätzchen Der ist hier reingeplatzt Und wollte, dass ich ihm verrate Wo ein Kerl namens Crane steckt Den muss ich wohl irgendwann mal bedient haben Seitdem kommen hier nur lauter Gestalten vorbei Die mir das Leben schwer machen Ach Das ist nicht gerade gut für das Geschäft Aha Brauchst du Hilfe bei diesem Typen? Jetzt wo du's sagst Ich könnte ein paar extra Hände brauchen Dieser Bursche Den wir umgenietet haben War nicht der erste von seiner Bande hier Aber hoffentlich der letzte Normalerweise schicke ich ja meine eigenen Leute Zum Aufräumen los Aber mein Rausschmeißer ist mir abgehauen Wenn du das für mich in Ordnung bringst Zahle ich dir gutes Geld Also Wie wär's? Geld Äh, soll ich sie töten? Mir egal wie du sie los wirst Oh Schmeichle dich ein Häng ihren Anführer an den Ohren auf Oder kauf ihnen ein Eis Solange sie aufhören uns zu schikanieren Ist mir alles recht Alles klar Ich helfe doch gerne Das hatte ich gehofft Also Folgendes Diese Burschen haben sich alle nach Crane erkundigt Das können wir zu unserem Vorteil nutzen Wie würdest du die Aufmerksamkeit von einem Haufen entschlossener Schläger auf dich ziehen? Oh, Charisma minus 1 Einladung per Post So hat meine Mama das jedenfalls bei meinen Geburtstagsfeiern gemacht Aber das ist ja auch Aber da ist ja auch niemand gekommen Ich muss das nehmen Es geht nicht Warum nicht? Bitte 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 Mann Ja, vor Lord Shilter war es schon Aber es kommt wieder Oh, Salisbury Steak Dafür sind die Leute immer scharenweise in den Vault gerannt Davon habe ich leider nicht genug Nein Wir werden die Jungs anlocken Indem wir dich als Crane ausgeben Kleinen Moment noch Was macht ihr jetzt? Okay Ich glaube, dass es wird eine kleine Vorwarnung Architektur ist nicht gerade meine Stärke Nicht übel Ich habe hier einen Bauplan für ein maßgefertigtes Schild gebastelt Von Cranes Schatzsuche und Co Falls es richtig funktioniert Sollte es eine Werbebotschaft aussenden Um die Aufmerksamkeit dieser Bande zu erregen Kinderspiel Du musst es bloß bauen Und dann das Band benutzen Das verkündet, dass du geschäftsbereit bist Dann musst du diese Trottel nur noch dazu bringen Dir zu verraten Wo ihr Boss sich versteckt Die haben euch im Vault ja sicher alles über Baupläne und so weiter beigebracht, oder? Achim, ich spiele immer ordentlich Also wenn ich spiele und ich so eine Option habe zum antworten Mach ich Äh, klar, ich weiß, wie man ein Gebäude nach Bauplänen errichtet Das höre ich gerne Ja, der gute alte Mord kann natürlich auch dein Gedächtnis auffrischen Wie meinst du das, Mordecai? Mordecai? Ich habe ein paar Bänder zu genau diesem Thema Oh, Mord, nicht die Bänder Sprich mit Mord Er kann deinem Gedächtnis wieder auf die Sprünge helfen Aber du musst natürlich auch Material besorgen Davon sollte hier aber genug herumliegen Ich schneide dir ein kleines Paket Ich lege noch ein paar Rationen drauf, damit du nicht verhungerst Wahrscheinlich musst du einiges davon auseinandernehmen Aber da du mir so einen großen Gefallen tust Kann ich dir auch ein bisschen Material für die Werkbank geben Hm, wer weiß Ich habe alles Ich glaube, lernst du sogar was dabei? Ich kenne alles Also, was ist, wollen wir mit der Show loslegen? Oh, Charisma 2 Bauarbeit, Schrottverwertung und Schlägertypen abwehren Für so viel Aufwand musst du aber tief in die Tasche greifen, Mädel Es ist viel verlangt Na gut, 75, aber keinen Kronkorken mehr Heißt das, dass du dich umkümmerst? 75? Ich glaube, die hat einen Arschhoffen 750, Mädel, aber 75 Was ist denn los mit der? Wird höchste Zeit, dass wir die Trottel endlich loswerden Wenn du sie findest, dann sorge nur dafür, dass ihr Anführer die Botschaft versteht Finger weg vom Wayward 75 Kronkorken am Arsch, Alter Schön, dass Vault-Tec sich um einige Leute gekümmert hat Gerüchte halber werden die Leute einfach in die Wildnis entlassen Mit nichts als ein paar Rationen und einem schicken Anzug Viel Glück Nun mach dir mal keine Sorgen Du bist jetzt in guter Gesellschaft Hier hilft man sich gegenseitig aus Also, was kann ich für dich tun? Ähm Was ist hier deine Aufgabe? Ich hab keinen Ich bin unabhängig Wenn die Leute hier was brauchen oder irgendwas erledigt werden muss, wo Strahlung im Spiel ist Kommen sie zu mir Die Strahlung? Ha! Kann mir nichts mehr anhaben Und im Gegenzug lässt Duchess mich trinken Auch wenn ich nicht gleich zahle Das beste Arrangement, das sich jemand in meiner Situation wünschen könnte Aber ich sitze hier nicht nur rum und verschönere die Gegend Wenn alles gut läuft, habe ich für den Rest meines Lebens ausgesorgt Aber das interessiert dich sicher nicht, die Burne Gibt es sonst noch was? Also ich find's ja schon irgendwie ein bisschen Weiß nicht, lame Dass jetzt ein neuer Spieler quasi die alte Story nicht mehr spielen kann Du hast diesen Mann getötet Allerdings Glückwunsch, dass du etwas so Offensichtliches erkannt hast Ich bin gut Das Leben hier ist kein Zuckerschlecken Lass dir das lieber eine Lehre sein Äh, was ist mit dir passiert? Allergien Wie sich herausstellt, darf ich Erdbeeren nicht zu nahe kommen Das war ein Witz Ja, ach Aber ich war draußen, als die Welt unterging Ich war mit einem Sicherheitslaster unterwegs Kam gerade hinten aus dem Ladecontainer, als ich Dieses Grummeln hörte Und dann spürte ich den Wind Es war, als wäre ein Wirbelsturm losgebrochen Der Truck wurde ordentlich durchgeschüttelt Bang, bang, bang Ich öffnete die hintere Ladetür und dann Bang Dann erwachte ich hinten im Truck Immer noch am Leben Nur schade, dass mich jetzt niemals irgendwer für etwas anderes Als meine liebenswerte Persönlichkeit lieben wird Das war an dem Tag An dem ich zum Ghoul wurde Nicht die schmeichelhafteste Bezeichnung, aber Wenigstens lebe ich noch Ich weiß nicht, der heißt ja eigentlich Mordecai Ich weiß nicht, warum er Morty heißt Ich könnte eine Abkürzung sein Eine Verniedlichung Dann ein andermal So Weiß nicht, soll ich das Sieh mal, wer da ist Ja, ja, komm Dann erklären wir mal die Benutzung des Camps Du hast Glück, denn ich bin genau die Person Die dir mit deinem Problem helfen kann Aber wenn ich helfen soll Wird nicht das was kosten Du willst jemanden in den Kragen? Nenn mir einfach einen Namen Hey, hey, hey Mach mal langsam Davon hab ich nicht geredet Du wirst mir helfen, reich zu werden Weißt du Die wahren Gewinner während des Goldrauschs waren nicht die Schürfer Sondern die, die den Goldgräbern ihre Schaufeln verkauft haben Ich handle nicht mit Schaufeln, sondern mit Wissen Ich kann Orte erreichen, die euch Typen mit eurer Rad-anfälligen Haut vorenthalten sind Ich verkaufe also, was ich im Köpfchen habe Und du wirst das Ganze für mich testen Ich hab diese Holobänder aufgenommen Darauf befindet sich alles, was ich über diese Camp-Dinger weiß Hör sie dir mal an Und lass mich wissen, was du von ihnen hältst Okay Das sind Bänder, die du aufgenommen hast Mit der Stimme, mit der du gerade sprichst Ich hab nur eine Stimme Und die hört sich nun mal so an Willst du die Bänder nun oder nicht? Ja, komm Wirklich? Danke viel Ich meine, danke Aber komm wieder, wenn du sie ausprobiert hast In Ordnung? Ich hab es sonst noch etwas, worüber du reden wolltest Wie ist es so als Ghul? Nun, es hat seine Vorteile Tja, die Strahlung prallt von mir ab wie ein Flummi Die Wanderung durch eine Einschlagzone ist für mich wie ein Waldspaziergang Zudem überlebe ich Ich hab es so als Ghul-Dasein in Ordnung Ich kann ihn mir in meinem innerlichen Auge vorstellen, wie er durch ein Rap-Gebiet läuft und die ganze Zeit Boing-Flip macht Boing-Flip Dann ein andermann Nein Okay, ich kann weiter Oh, platziere dein erstes Camp Boah, ich bin hier so aufgeregt Soll ich mein Camp neu bauen irgendwo? Leute Soll ich mein Camp irgendwo neu aufbauen? Das ist hier die Frage Wollt ihr, dass ich für dieses Projekt nochmal quasi neu anfange? Schreibt das mal in den Chat oder in die Kommentare, wenn ihr nächsten Samstag dieses Video sieht Beziehungsweise diesen Samstag Also der, der kommt Also heute Für die, die es jetzt gucken So Ich bin schon wieder dehydriert, wodurch? Alles klar Na gut, ach, sehr oft vom Schnellreisen wahrscheinlich, ne? Na gut So Platziere dein eigenes Camp Aber ich hab noch mein Camp Wenn ich jetzt hierhin gehe Wird dann quasi Mein Camp akzeptiert? Ja, das gehört dazu Na gut Dann bauen wir irgendwo neu auf Nur die Frage ist, wo? Habt ihr Wünsche, wo ich aufbauen soll? Ich muss jetzt Holz wieder neu sammeln und alles Ach, das wird schön So Na gut, die Frage ist halt nur wo Und wir sollten essen, ne? Brennbästchen, Junge Mh, lecker Na, das sollte ich eigentlich alles kochen, ne? Schmutziges Wasser Sweetwater Spezialmischung Das verkam ich ja auch irgendwann, ne? Bisschen wir auch noch essen Ich schwören kann, dass ich Essen mitgenommen habe Naja Bau, wo du willst Mh Dann ist das Problem, ich weiß ja nicht wo Deswegen frage ich ja Äh Gucken wir mal auf die Map Wo könnte es gut sein? Hm Wollen wir wieder hier in den Bergen? Fand ich eigentlich ganz cool Oder im Sumpf Oder vielleicht in diesem Bereich hier Stimmt Es können ja keine Atombomben mehr geworfen werden, ne? Hm Oder wir bauen Hier an der Klippe, aber äh Da bauen wahrscheinlich immer viele Hm Das muss ja auch irgendwo eine Ebene sein für mich, ne? Wir gucken mal hier vorbei Mal direkt an der Vault Ist ja eigentlich egal, wo ich baue Wir spielen jetzt momentan nicht mehr Atkom-Modus Bei Zwillingsseen und Solo-Montike gibt es B-Mod Level 95 zum Farmen Alles klar Oh! Was war das? Was war das Leuchtende? Was zum Teufel ist das? Feuerfloater Ich treffe den nicht Und er verfolgt den Superbutanten Da die neue Questreihe Dich wahrscheinlich langsam durch die Welt führt Brauchst du nicht wirklich weit weg bauen Ich treffe ja nicht mal Was ist das für einer? Gott, ich treffe nicht mal Ich bin so aus der Übung Explodiert er? Der explodiert, oder? Ja Der explodiert Wo schießt denn noch jemand? Da oben? Wer da? Ich sehe dich doch Einsturzgefahr Schnapp dir alles Wertvolle Bevor das Werkwerk einstürzt Das ist doch so Oh, das ist was Neues Ich sehe dich nicht mal Mäuschen sagt mal Piep Oh Aber einer ist noch ganz oben Naja Ich habe jetzt aber nicht hin Komm, wir nehmen mal eine Splitteranate mit Komm, werfen wir irgendwann mal mit Granaten Das ist schon ein sehr beliebter Ort zum Bauen Hallo Tschüss Hm Vor allem ist es jetzt hier so dunkel Ich sehe eigentlich gar nichts Wo man bauen könnte Was leuchtet da so grün? Achso Hier seid's Ähm Stimmt Eine ganz coole Position Die ich damals noch fand War hier irgendwo, ne? Einfach mitten in der Pampa Bei Volt 96 Ah, das ist ja auch noch alles geschlossen, glaube ich Ich glaube, wir gucken mal hier vorbei So ein trockenes Gebiet, weißt du Wo ordentlich Platz ist, das wär's Oder am besten noch eine schöne Aussicht Alles zusammen Das wär grandios So Gucken wir mal Gehen wir am besten mal hier hoch Und dann Richtung Osten oder Süden Wie sieht's da oben aus Oh, hallo Brandbestie Ich glaube, das hier ist so ein bisschen Brandbestiengebiet Aber das ist mir egal So gut kann ich hier bestimmt Eine Flak aufstellen oder so Ich meine jetzt, wo wir streamen Haben wir ein paar mehr Möglichkeiten Das da oben sieht schön aus Ja, also hier könnte ich's mir auch vorstellen In diesem Bereich Aber da oben wär das noch nicer Ist da jemand Oh, Raider Meine größte Belohnung erwartet mich Kultisten Ich hab nicht getroffen Leute Hallo Ich seh ihn nicht Aber er sieht mich Das ist für eine unfaire Scheiße Heiliger Mottenmann Bezeuge, wie ich deinen Willen vollstrecke Du hast überlebt Mein Leben galt nur dir, heiliger Mottenmann Der heilige Mottenmann Zum Preis Das bezeihst du mit deinem Blut Ich bereue nichts Wie konntest du durch den Baumstamm schießen? Es gibt neue Gegner, das freut mich schon mal Ist nicht mehr so eintönig Jo Bis später Okay, ich find die Leichen nicht wieder Molotow Cocktail Ah, ist aber auch nicht gerade eben hier, ne? Ich glaub das da ist ein guter Bereich zum Bauen Weil das schön eben ist Und wir können auf den See gucken Falls da keine Bäume im Weg sind Oder wir gucken halt nochmal weiter oben Ob es hier irgendwo eine schön gerade Fläche gibt Ihr wisst, ich hab's gerade schon erzählt in Animal Crossing Ich steh auf gerade Ebenen Wenig Natur Dafür viel Platz für mich Oh guck mal, Kupferader Gibt's ja auch Wobei ich meine Butze cool fand Wo ich die Todeskralle erfahren konnte Das war auch cool Ey, wie hoch geht denn das jetzt hier? Aha, es ist akzeptabel Hier sieht... Oh, da Das sieht gut aus Was zur Hölle geht denn da ab? Wenn ich jetzt hier baue Guck mal, das sieht richtig gut aus hier Und ich hab hier so noch so einen Aussichtsposten Oh, guckt euch das an Ja, ja, ja Ich glaube, ich hab's gefunden Hier werden wir bauen Äh, Zero Hast du eigentlich auch die Gebirgsjägeruniform geschenkt bekommen? Du warst doch auch von Anfang an dabei Äh, ja Ich war von Anfang an dabei Hallo Luca Äh Aber ich glaub Weiß ich nicht Müsste ich hier haben Nö Hab ich nicht Hab ich nicht Nö Aber gut Unser Camp Wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen Stein Wir gehen mal hier so ein Stück zurück Bin ich gerade am Schleichen? Ja Ich will so viel Boden wie möglich haben Ah, okay Jetzt sehe ich den Streifen Okay Machen wir am besten mal Ja, das dürfte ja nicht genug Platz sein, ne? Wenn wir das hier jetzt platzieren So Dann nehmen wir dich erstmal zur Seite So Okay, wir haben hier eine Schräge Die müssen wir mit einplanen Äh Wir haben hier aber ziemlich viel gerade Fläche Und ich hoffe, dass dieser ganze Scheiß verschwindet Du musst die bauen An einer Rüstung Achso Die muss die Ah, okay Muss ich mal gucken Oh, sieht schon cool aus hier Ja, doch Gefällt mir Alles klar Was haben wir hier noch? Zaun Okay Ein komplettes Gebäude kann ich wahrscheinlich nicht hinbauen Nee Müssen wir alles komplett neu konstruieren Na, Hauptsache du bist da Äh Lagern Ja Ich will alle Komponenten Hallo? Spiel ist ausgefallen Du kannst bleiben Du wirst auch gelagert Du wirst auch gelagert Aber weißt du was dann? Machen wir das so Äh Ach, hier im neuen Schar? Wozu? Das ist Ich habe hier monatelang an dem hier gesessen Wieso sollte ich dann einen neuen Schar machen Also gut Wir müssen Natürlich wieder Eine perfekte Position dafür finden Da hier Hier müsste der höchste Punkt sein Das heißt wir müssen uns an dem hier orientieren Wenn wir das jetzt so machen Weil sie dahin platzieren Sieht irgendwie ein bisschen schräg aus Das sieht gut aus Oh ja Ich glaube das kommt sogar richtig gut hin Hier haben wir natürlich den Baum im Weg Aber das wird dann unser maximales Hausgrundstück sein Ich glaube mehr werden wir auch nicht brauchen Wenn wir uns das hier jetzt mal angucken Das sieht doch gut aus Zur Not können wir noch ein Stockwerk machen Hier soll es auf jeden Fall hochgehen Vielleicht kann ich auch einfach nur Den Felsen lassen und dafür Eine kleine Treppe hier hochbauen Das wäre genial Schauen wir mal Was ist das wenn ich das hier irgendwie platzieren möchte? Wird wahrscheinlich nicht funktionieren Ich konnte es gerade irgendwo einrasten lassen Wahrscheinlich hier Ja Aber so kommt man hoch Wenn wir das jetzt hier an diese Schräge bauen So Na gut das sieht scheiße aus Aber gut Das hier dürfte reichen Dann kommen wir hier hoch Im besten Falle werden wir hier noch ein paar Bretter hinstellen Unser Haus muss ja nicht quadratisch sein Ne? Also so viel ist klar Packen wir hier noch ein paar Bretter nebenan da hin Am besten so Oh finde ich gut dass der Busch verschwindet So Jetzt haben wir hier nämlich noch eine kleine Fläche Dann würde ich jetzt Quasi ähm Wie macht man das nochmal? Blaupause Achso halten Ähm Blaupause erstellen Auswahl erweitern Ach guck mal Ist ja nice Ähm Auswählen Ah man kann hier einzelne Sachen auswählen Geil Dann würde ich nämlich diesen Bereich hier komplett wählen Und ich würde daraus gerne Gras machen Äh Luca das Spiel ist nicht kostenlos Nein Und ich würde hier Ehrlich gesagt gerne Gras hin machen Nein das ist Verdammt Nein was habe ich gemacht? Oh Oh Gott ich habe alles vernichtet Mein Leben ist zerstört So Der Bereich soll Gras sein Wie kriege ich das hin? Alle Gebäude sind Ja das ist klar Auswahl erweitern Auswählen Ja Blaupause erstellen Ja super Kann ich die nicht mehr farblich ändern? Ah gut Wir machen das anders Wir nehmen die weg Ähm Lagern Lagern Wir stellen die einfach nochmal hin mit Gras Das ist mir jetzt zu blöd So So Und so So Gras Ihr wisst ich Ich liebe mein Gras Mein Kunstgras Muss ich dazu sagen Ne So Das hier wird quasi unsere kleine Fläche sein Die ein bisschen Natur hat Ähm Das hier muss ich auch nochmal ändern Und zwar haben wir hier noch braun Ach haben wir nichts anderes Es gab doch mehr Ah ich weiß was wir machen können Wir können rein theoretisch Auf Böden gehen Hier haben wir noch andere Böden Ja Und die können wir hier nicht platzieren Was? Böden können zum oberen Ende von Treppen geführt werden Ach komm Guck mal Erde Ist auch neu Oh das ist ein cooler Boden Oh Guck mal wie er glänzt Er ist aber schon dramponiert Der ist nicht neu Guck mal wie 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 Kaputt der schon ist Na gut dann Müssen wir damit leben Oder wir können Beton hier hin machen Komm Äh was? Geht nicht? Warum nicht? Fehlt mir was? Ach mir fehlt Beton Okay dann ersetzen wir das später Oh das ist auch cool Guck mal Dann nehmen wir Den Teil und packen den hier hin Hallo? Ach komm Das ist die einzige Stelle Wo ich dich platzieren kann Oh Oh Ich wurde verarscht Leider sind im Moment die Vitrinen deaktiviert Man kann also Zeit nix ausstellen Was? Hä? Wie platziert? Trendiges Camppaket Was? Es stimmt Das muss man kaufen Ahahaha Danke Fall out shelter Also Soll ich Also was gibt's Wir gucken uns das mal an Steinpaletten Wie viel Atom Null habe ich Atome kaufen Atome können im Steam Shop erworben werden Willst du mich doch jetzt verarschen oder? Kann man das nicht mehr ingame machen? Ah Okay Moment Aus Steam Wahrscheinlich unter DLCs ne? Ich werde jetzt hier aber ordentlich bauen Deswegen möchte ich gerne was kaufen Shopseite So Also auf Steam kostet 476 momentan 40 Euro Atom Wie viel brauche ich? 1.200 Ich würde nämlich gerne den Boden noch dazu kaufen Das heißt ich brauche 2.200 Das ist ja kacke Oh ich weiß wie ich das mache An dem Warenkorb Einkauf fortsetzen Oh jetzt lande ich Schickt mich doch wieder zurück auf die Seite Damit ich mehr kaufen kann Ihr wollt doch dass ich mehr kaufen wurde Nicht So Bullshit Und dann nochmal Das hier So Was? Einige der Pakete in ihrem Warenkorb Scheinen sich zu überschneiden Willst du mich verarschen? Ich Dreh durch Was ist das denn jetzt für ne Musik? Gut Kauf ich halt ein bisschen mehr So Ich wollte halt 2500 kaufen Das ist aber ein und dasselbe Am Arsch So Jetzt ist die Frage Wie komme ich jetzt an meine Atome ran? Habe ich die jetzt einfach? Gucken wir mal Oh was? Steam konnte nicht installieren Zeitüberschreitung der Verbindung Wahrscheinlich muss ich das Spiel neu starten Was ist das so? Keine Ahnung Was haben die Abzocker deine Atome auf 0 gesetzt? Wow Ein Grund mehr das Game nicht zu kaufen Ich weiß nicht Hatte ich 0 Atome? Ach guck mal da Ich habe meine 5000 Atome Weiß jemand wie viel ich hatte am Anfang? So Kaufen wir uns das hier Oh Das war alles schon dabei Ich wollte das hier und das hier kaufen Aber es war alles schon dabei Ich habe umsonst so viele Atome gekauft Ja gut Dann kann ich mir jederzeit was kaufen Wenn irgendwas tolles dabei ist Ach guck mal hier Das ist frei Kostenlos freischalten Cool Na gut Ich habe jetzt ein paar mehr Atome Vielleicht nutzen wir sie eines Tages So Was packen wir da jetzt hin? Komm packen wir den da hin Zack Guckst du dir an Wunderschön Okay Wenn ich jetzt hier durchgehe Habe ich auch diesen besonderen Boden Naja Erde würde ich nicht platzieren Ach das musst du dann auch noch selber kaufen Ja cool Freut mich Naja ich habe den Boden nicht wollte So Dann machen wir hier halt Das Paket hin So Perfekt Ups hier habe ich es auseinander gebaut Hahaha Ein Fehler So Dann kommt hier halt dieser Rötliche Boden hin Da Den wollte ich doch haben Ne Oder gab es noch einen besseren Ne der ist kacke Wir nehmen den Was war das denn gerade Was war das denn gerade Lol Das sieht ja lustig aus Nehmen wir den Boden dann mit Nö Er verschwindet einfach Oh gut dann halt nicht So Guck mal wie schön der glänzt Der muss zwar nochmal ordentlich poliert werden Aber Passt schon Oh Gott Das bauen hat sich immer noch nicht verbessert Das ist immer noch grauenhaft Aber sie haben es Danke Die haben es verbessert So Also manchmal Gut Wir haben also eine Ecke in unserem Haus Die wird scheiße aussehen Das sieht einfach aus Als hätte ich da Keine Ahnung Irgendwie hingeschissen Wird wohl heute eher Ein reiner Baustream Also Folge Und nur am Bauen Ey 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 Du Ihr wolltet dass ich baue Ja Und jetzt baue ich Nicht beschweren So Okay Wende So Welche Wende hatte ich denn So Irgendwelche Stahlwende Ich hatte die Ziegelwende Ne Weil die Beton hatten Da Ziegel Wo sind die echten Hä Wieso ist das gesperrt Finde Baupläne Achso Das sind diese Komischen Elektro Dinger Äh Wo sind denn die Ziegelwende Da Ziegelwende Die hat nämlich So schön Beton Ja Aber ich habe doch hier Irgendwas freigeschaltet Ich glaube ich habe die hier Freigeschaltet Gerade Aber die sehen halt So schrecklich aus Egal So Aber hier haben wir ein paar Wände hin So Dann kommt hier noch eine Wand hin Dann kommt hier eine Tür hin Warum Das erfahren wir vielleicht in den nächsten Folgen Lege ein Teppich drüber Können wir versuchen Achim Können wir versuchen Dann kommt hier noch mal eine Tür hin Und hier dann Wände Und ich glaube wir sollten hier an der Seite noch die Tür machen Wenn man schön an dem ganzen Scheiß vorbei muss Um in meine Butze rein zu kommen Nein oder Nein das tust du mir jetzt nicht an vor laut Ach Gottes Willen Okay das heißt hier müsste die Tür hinkommen Ersetzen So Dann werden wir eventuell das hier nochmal um einen erweitern Dass wir hier auch ein bisschen mehr Platz haben Äh Du solltest nur ein schnelles Camp errechnen Und dir schnell was zu essen grillen Wasser abkochen Und dein Schildcraft ne bitte Nein Ich mach doch keine halben Sachen Leute Ihr kennt mich Ich mein ich beeil mich hier schon Also wir werden Wir werden wahrscheinlich vorankommen Denk ich mal Hoffe ich Ich weiß es nicht So erweitern wir diesen Bereich hier nochmal Ja gut gerade kann ich das später noch machen So Und dann muss eigentlich die Treppe hier weg Es muss größer Ich akzeptiere diesen kleinen Bereich nicht Wenn ich jetzt hier nochmal Gras platziere Würde das mit der Treppe hinhauen So Der Großteil dieses Bereiches ist einfach mein Anwesen Ich hab kaum noch Platz irgendwas anzupflanzen Scheiße Jemand hat gesagt Du sollst dir einen Wolkenkratzer hinstellen Und Stunden kostbarer Streamzeit Mit deiner Baustelle vergeuen Das mach ich doch gar nicht Guck mal Ist doch alles schon fertig Wir wollten doch nur das Grundgerüst bauen Ich hätte doch nie gesagt Dass wir alles auf einmal machen Wir sollten hier einen Teppich hinbauen Gucken wir mal Äh Treppen Wie sieht's aus Geht da irgendwas Kann man da irgendwie eine Schräge hinpacken Oder irgendwas Naja zur Not kann man da rauf springen Ne Aber dann geht man hier aus der Tür raus Und springt hier rauf Und freut sich seines Lebens Das passt schon Ist doch alles soweit gut Wir müssen jetzt nur noch die Kleinigkeiten Rauf bauen Vor 1976 Und bauen gehört halt zusammen So Türen Machen wir rot Oder vielleicht andere Türen Bestimmt kein Toilettenhäuschen Hier kommt das eine vernünftige Tür Die ist nicht kaputt So und schon haben wir geschlossene Gesellschaft So Die Tür ist auch lame Könnten rein theoretisch diese hier Irgendwann bauen Sind auch alle lame So Äh Wasser Geräte Betten Stühle Lagerkisten Anzeigen Bodendekor Es ist einfach auf dem fucking Teppich Das würde es verschönern Oder das Irgendwie ja nicht ideal mit dem dreckigen Boden da ne Ja Ja das Da Das könnten wir hinpacken Damit es nicht mehr zu sehen ist Ist doch Bullshit alles Oder wir müssen da irgendwas hinpacken Was thematisch dazu passt Wie so ein Halloween Kürbis oder so Die Todeskralle hier so zwischenpacken Ich hab ja sogar ein so ein Ding ne Wunderschön Die Todeskralle hat geschissen Das ist ja auch nicht Das ist auch nicht optimal Habt ihr weitere Ideen Was wir mit diesem Dreckhaufen machen könnten Vor allem ist es direkt neben der Tür Das nächste Mal überlegst du dir Einen Masterplan für Fallout 76 offline Und dann kannst du den schnell im Stream ausführen Also ich muss sagen Ich bin schon schnell Komm wir platzieren jetzt erstmal Äh Unsere Werkbänke hier Die werden später woanders landen Wichtig ist auf jeden Fall die Waffenwerkbank hier Dann Du bist noch wichtig Die verbrauchen wirklich viel viel Platz Die werde ich dann oben hinpacken Und dann ist gut Ja das will ich jetzt auch nicht platzieren Wir brauchen Eine Kochplattform So So Er ist eigentlich voll stylisch Leider kann ich es da nicht hinpacken Wui Böden Ach jetzt geht's doch Ja verarsch mich halt So Rein theoretisch müsste das So sein Ach den hier hab ich ihn gebaut Ja Nein Ich muss auf den Boden achten Der Boden muss richtig sein Der Boden muss richtig sein Oh stimmt Ich oh Dieser neue Boden den wir gesehen haben Der könnte eigentlich recht praktisch sein Oh Bauböden Wände oder Dächer in der Werkstatt Guckt's euch an Ist das nicht cool So Wir haben doch Diesen Neuen Boden Wir müssen erstmal Bauplan dafür finden Okay den werden wir dann hier so hinbauen Dann können wir darauf Dinge pflanzen Oder aufs Dach Das geht ja gar nicht Er sagt es aber fast jedes Mal Aber okay Wir kennen ihn doch nur Verplant verpeilt am Planen Gar nicht wahr Ich plane immer Wir haben übrigens überhaupt noch Äh Wir haben noch locker drei Stunden Zeit Also Leute Ist das drei Stunden Ja wir haben drei Stunden Zeit Wir sind gerade erst eine Stunde hier drin Also kommt Alle drehen hier schon am Rad Sagen Zero du bist kacke Zero wir hassen dich Wir mobben dich jetzt raus aus YouTube Das sagt ihr ja So höre ich das zumindest So Schön mit dich Ist das nicht schön So Okay Wir haben jetzt das Wichtigste aufgebaut Wir brauchen noch eine Lagerung Ressourcen Was ist das denn Achso Ja komm Weißt du was dann Wenn ich jetzt schon das Geld habe Dann kaufen wir uns so ein Ressourcenbot Ja Plünderwerkstatt Tapeten Oh mein Gott So kaufen wir uns Ressourcen Kaufen wir uns hier Den Scheiß Was gibt es noch was man sich kaufen kann Das ist wirklich Tapete Cool Jetzt kann man sich noch so schönes kaufen Nieder mit dem System Paul Richard Manchmal hast du da schon recht Was ist das Voltec Genaro Ich brauche irgendwas was Pay to win ist Gib mir Pay to win Befreierlampe Mh Mutter in der Kamin Haben wir noch irgendwo Pay to win Was ist das Kinderkarussell Wegen Juckz Ja ist ja gut Achim Natürlich Deko Wir wollen doch diese Streamingzeit Die wir haben Nützlich machen Ey alle machen Pay to win Ja ich will auch Pay to win machen So Man kann ja Es gibt eigentlich nicht wirklich viel Pay to win Voltec Bundle Wer braucht denn sowas ABC Riesige Buchstaben Jawoll Komm Riesige Buchstaben Holzlaminat Brauchen wir nicht Grüner Daumen Äh Enthält Gewächshaus Eine Gewächshaustür Formschnitt Äh Hecke Wer braucht So einen Scheiß Na gut Das Plüschkaninchen Ist Pay to win Ja Okay komm Ey ich hab's doch gar nicht gebaut ETF Ich kann's jetzt nicht mehr bewegen Achso doch kann ich Äh Alter Ich will nix bauen Ich will Nein ich kann's wirklich nicht mehr bewegen Du willst mich doch verarschen Jetzt steht das hier Ja ja Achim ja ja Ich habe Probleme ja Das Ding existiert gar nicht Es existiert nicht Es steht nur hier Jetzt bin ich der Responder Tolle Wurst Okay Wir haben das Spiel kaputt gemacht Wie lange sind wir jetzt im Spiel Eine Stunde Eine Stunde im Spiel Zero hat das Spiel kaputt gemacht Ich bin gut Alter So abgekochtes Wasser Wir müssen eh Ressourcen sammeln Wir werden jetzt einfach anfangen Die erste Stunde von den Streams Werden wir jetzt demnächst Immer unserem Haus widmen Ist das ein Deal Das ist glaube ich ein Deal Und dann gehen wir weiter Das heißt wer keinen Bock auf Hausbau hat Der kommt halt erst eine Stunde später So Karottensuppe Komm gib mir her den Scheiß Okay jetzt kann ich auch was essen Zwar nicht viel Aber unterwegs müssen wir mehr finden So ziehen wir uns noch die Melone rein Das verdorbene Gemüse kann weg Okay Jetzt brauchen wir nur noch einmal ganz kurz Irgendwo wo wir unsere Ressourcen reinpacken können Und jemand der unsere Ressourcen findet Ach wir haben sowieso keinen Strom Ganz ehrlich Wir machen das ein anderes Mal Lagerkästen Ich brauche nur kurz meine Lagerkäste Stellen wir sie hier hin Dann sieht sie niemand Wieso die letzte Stunde? Nee Die erste Stunde Weil so früh morgens ist ja sonst keiner da Weißt du die kommen ja erst alle später So Erstmal Schrott lagern Hilfsmittel Das muss hier alles weg Okay Ziehen wir los Unser Haus steht jetzt halb Es sieht schon echt gut aus hier ne Also ich bin begeistert Okay Lies Bauplan Schild Achso ja wir sollten Wir haben ja noch das andere Ja gut Wo ist denn das? Standort bauen Ja komm Oder war das unter Notizen Bauplan Schild da Nee Schild von Cranes Schatzsuche und Co Wo finde ich das jetzt? Scheiße Ah Quest Perfekt Pass auf ich hab's Wir nehmen das Ding Ach komm Pack das hier oben rauf Ist ja nur für den Anfang So Was heißt Sieht überhaupt gar nicht fake aus Achim Wer behauptet dass viele das wollen Viele wollen vielleicht sehen wie ich baue Vielleicht gehörst du nur zu denjenigen Die keinen Bock haben auf Bauen Ach vielleicht hätte ich's da hinpacken sollen Ach benötigt Strom Ach komm leck mich doch Ah Ich glaube das irgendwie verstecken oder so So Lade als Übertragungsband in Einen Funkturm Und aktiviere die Verbindung Alles klar Wo ist der nächste Funkturm Ich bin krank Ich weiß Ich kann mich an diese Fotos nicht mehr erinnern Siehst du Siehst du Achim Paul Richard Der findet das interessant Tja So Wer läuft denn da hinten rum Es ist meine Zielübung Nice Ist da noch irgendwas Ich seh dich doch Ich weiß es ist ein Overkill Er ist Stufe 1 Aber ist mir egal Ich hab da jemanden laufen sehen Achso Hallo Phoenix Hast du Spaß? Kann ich dich anschießen? Ich bin voll das Arschloch Hallo Ich bin zuerst dran Hehe So Übertragungstechnik der Verbrannten Was heißt das? Lade das Übertragungsband Notfallmanagement Ja Hallo? Hallo? Achso Holobanddaten Oh Gott Übertragungsband Ü Ich glaub das ist nicht alles Nein Das ist sowas von nicht alphabetisch Oh Gott Ah Es ist ganz unten Übertragungsverbindung aktivieren Nachricht hochgeladen Initiiere Übertragung Achtung Konsumenten Neues Geschäft gegründet Bitte Cranes Schatzsuche und Co. aufsuchen Um Güter und Dienstleistungen auszutauschen Initiiere Slogan Folge dem Schild Ins Glück Übertragung abgeschlossen Alles klar Sehr schön Und jetzt kehre zu deinem Camp zurück Und dann wird gefightet Ja Siehst du? Arim Ich hätte mein Camp erstmal verstärken sollen Er hätte erstmal Atombomben platzieren müssen Ich werde nur so mautzen Ich dachte das ist Shiva Ich dachte hä Shiva kann doch gar nicht mautzen Hey Controller Hallo Hey wieso ist mein Egal Wir akzeptieren jetzt Dass mein Controller da war Ich dachte schon die arme Kleine Die sucht nach mir Das hörte sich nämlich sehr erbärmlich an Und wenn sie mautzt Dann hört sich das sehr erbärmlich an Da kommt immer nur so ein Was Glück Dass ich dich nicht getötet habe Hätte ich das tun sollen Ich weiß nicht Der war schon ein bisschen suspekt der Typ Crane Komm raus Komm raus Wo immer du bist Hallo Okay Ich spreche mit dir Ich hab den falschen erschossen Bist du Crane? Ha Hast dich ziemlich gut eingerichtet Du sollst Informationen haben An denen unser Boss interessiert ist Sag mir wo der Schatz ist Dann lässt er dich in Ruhe Versprochen Stärke 2 Nein du wirst mir erzählen wo dein Versteck ist Sonst drehe ich dich auf links Glück Dein Name ist Darway oder? Wolltest du mir nicht helfen das Ding zu töten Darway? Wie wäre es mit einem Handel? Ich sage dir wo der Schatz ist Wenn du mir sagst wo deine Gang ihr Lager hat Nein ich nehme das Erste Du tust was? Na Meinetwegen Gut gut Wir haben das alte Sägewerk von West Virginia im Nordwesten übernommen Los Verschwinden wir von hier Ich sehe wie gut ihr verschwinden könnt Oh guck mal dein Kumpel ist schon verschwunden Bring mir Cain Letzte Sichtung Wayward Geschlecht Männlich Staturmittel Gefährlich Angeblich nicht Trotzdem vorsichtig sein Die erste Person die ihn dazu bringt Den Ort dieses Schatzes preiszugeben Kriegt einen Anteil Sägewerk von West Virginia Alles klar Das kannst du behalten Na gut Das Sägewerk Ich hätte gerne mit dem Schatzsucher geredet Aber gut Kann ich hier einfach hoch gehen? Was? Ich habe eine geheime Treppe Lol Das kann man ausnutzen Ein geheimer Zugang Man muss hier nicht springen Hm Es ist immer noch da Es ist real Was ist denn ernst? Es ist real geworden Aber ich kann es nicht wegpacken Oh mein Gott Meine Albträume werden wahr Ich kann es nicht umplatzieren Scheiße Wieso mache ich das Spiel immer kaputt? Ich weiß es nicht Achim Ich habe zumindest zuerst gefragt Und dann getötet Ja? Es gibt Leute die machen das andersrum So Das Sägewerk Hier? Nein Ist das? Achso Ja gut So Wo wo Wir müssen in diese Richtung gucken Wir gucken in diese Richtung Da Achso Wir müssen zurück zum Wayward Ah Okay Justin Danke Ich weiß noch nicht was ich mache Ich lass mich einfach mal überraschen Achso Ja gut Ich dachte er wäre böse Ja Der kam schon Der kam durch den Hintereingang Das war böse Also Kannst du mir nicht erzählen Außerdem Außerdem Muss man dazu sagen Alle Charaktere die ich getroffen habe Die freundlich waren Die konnte ich nicht umbringen Und jetzt denk mal drüber nach Warum ich so reagiert habe Ich musste es testen Da ist die Katze So Du siehst nicht allzu mitgenommen aus Hast du herausgefunden Wo sich diese Störenfriede verstecken? Das habe ich Klingt als hätten sie sich im Hauptquartier Im Sägewerk von West Virginia Toller Satz Fantastisch Da ist also ihr Boss Jetzt musst du nur noch Warte Sägewerk von West Virginia? Das kann nicht sein Du hast dich verhört Und Warum genau spielt das eine Rolle? Ich war vor einiger Zeit in der Gegend In dieser Sägemühle Wimmelte es nur so von diesen Großen grünen Bastarden Mutanten Du kennst diese Monster Duchess Wenn diese Gang in der Lage war Sie zu vertreiben Dann könnten die Typen Zäher sein als erwartet Hast du eine Idee Wie wir vorgehen sollten? Ich würde nicht aus allen Rohren Feuerend da reingehen Es sei denn Es sind große Rohre Du könntest dich auf dein Glück verlassen Vielleicht reden sie mit dir Aber ich bin dort dieser Familie begegnet Die hat es vermutlich auch schon Mit denen zu tun Bin außerdem noch auf einen Schrulligen Wiederverwerter gestoßen Der behauptete Sich mit der Mühle auszukennen Könnte sich lohnen Mit den einen oder anderen zu reden Ein Tywin Äh Super Mutanten Wenn sie gemeinsame Sache mit den Super Mutanten Machen könnte es doch der Meister sein Der da seine Finger im Spiel hat Oder? Sie sind ja irgendwo in der Timeline Ganz weit hinten Erzähl mir von dieser Familie Sie sind bei der Anchor Farm Falls diese Typen sie nicht vertrieben haben Aber falls sie noch dort sind Haben sie sich vermutlich mit ihnen arrangiert Könnte nicht schaden es herauszufinden Okay Und die Wiederverwerter? Er lebt bei den Rummelplatzbuden in Tyler County Er beharrte darauf zu wissen Wie man die Mutanten aus der Mühle vertreibt Aber wie das geht Wollte er nicht verraten Wahrscheinlich verrät er es eher jemandem Dessen Gesicht ihn nicht abschreckt Ich finde dein Gesicht Mut Ja okay Gut Denn mehr weiß ich nicht Falls du noch nicht dort warst Die schnellste Route wäre zurück nach Ward 76 Und von dort aus Richtung Norden Und pass auf dich auf Du tust uns einen großen Gefallen Alles klar Chef Oh wie funktioniert das Ich soll auf Start drücken Und dann zuvor besuchte Orte Ach guck mal da war ich schon Sprich mit dem Wiederverwerter Soll ich da jetzt extra hin? Ich glaub nicht ne Ach weißt du was? Nein komm Ich mach mir jetzt nicht die Mühe Wozu Guck mal da ist Sven hier Lange nicht gesehen den Kollegen Der wollte ja eigentlich mitmachen Wo ist er? Man weiß es nicht Und ich bin schon Stufe 92 Ich muss Nach dem Stream muss ich mal gucken Was ich skillen wollte Vielleicht nochmal die letzte Folge angucken Wäre eine Option Guck mal hier sind auch Leute Die ich erschießen kann Ich halt mal meine Waffe zurück So Hallo Hast du noch mal Glück gehabt Hast du den Anker da vorne gesehen? Wie ist der da hingekommen? Juckt doch keinen So Wo ist dein Papa? Ein Stück weiter gibt's jede Menge Herrenloses Land Schau doch mal da hin Ich hab gehört du machst Geschäfte mit der Gang Oben beim Sägewerk Von West Virginia Beim Sägewerk von Nein Keine Ahnung wen du meinst Und jetzt will ich Dass du gehst Wahrnehmung bist du sicher Du hast angefangen zu schwitzen Als ich sie erwähnt habe Du weißt etwas Charisma Wir sind hier alle befreundet Sag mir einfach was du willst Dann lass ich dich in Ruhe Oder Stärke Das klingt als Wüsstest du was Ich würde es Nur zu gern Aus dir rausprügeln Es sei denn Du machst den Mund auf Ja komm Ich bin ja nicht Ich bin ja kein Brutalo Als würde ich Kinder erschießen Oder so Na gut Wir haben eine Abmachung Wir liefern Vorräte Sieh Schutz Was willst du darüber wissen Erzähl mir über diesen Deal Den du ausgehandelt hast Einmal im Monat Essen, Munition, Schrott Murray und ich Bringen alles zur Mühle Haben ein Kennwort gekriegt Donauwalzer Donauwalzer Alles klar Weißt du wie viele Leute Es in dieser Gang gibt Viele Mindestens zwölf Sie lassen uns nicht Ins Hauptgebäude Ich weiß daher nicht Wie viele Darder noch hausen Also mindestens zehn Hast du eine Ahnung Wo diese Kerle herkommen Sind ein paar Knastis Aus dem Osten Aber nicht verrückt Nicht wie die Blutadler Oder die Verbrannten Man kann mit ihnen reden Die sind weder Bauer Noch Jäger Wir schon Also haben wir was ausgehandelt Kannst du vielleicht auch Wenn du ihnen was anzubieten hast Okay Ich bring die Kerle übrigens um Wenn Wenn du das machst Dann Versuche ich was für dich Beiseite zu legen Aber nur das eine Mal Alles klar Dann verschwinde Bitte Oder gibt es sonst noch was Ja Ich müsste mal ganz kurz gucken Wie meine Festplatte Gerade belastet ist Oh Gottes Willen So Meine Maus verschwindet immer So Okay Noch ein paar Gigabyte frei Ich muss da leider Einmal kurz rein Da Da wollte ich hin Und dann muss ich Diesen ganzen Teil hier mal löschen So Jetzt kann es weitergehen Das war wichtig Sonst haben wir am Samstag Keine richtige Folge Oder ich muss halt den Stream verwenden Achim Ich möchte Zu gerne wissen Wie viele da ins Lager gestürmt sind Und die alle Umgelegt haben Beim ersten Versuch Weiß ich nicht Okay Seid ihr alle wegen des Schatzes hier? Schätze Machen nur Ärger Wir wollten hier ein neues Leben anfangen Ein ruhiges Soviel dazu Na gut Du willst mich loswerden, ja? Ich will nur sagen Dass du hier nichts verloren hast Du kannst gerne gehen Ach gerne Okay Alles klar Mach's gut Dann bleib ich noch eine Weile Und beklau dich, ja? Ich könnte mich hier ausruhen Aber du hast hier glaube ich Nichts zum beklauen Von wegen Vorräte Naja Essen nehme ich immer gerne Äh Sonst hast du hier nichts, ne? Na gut Unsere Karte hat sich aktualisiert Aber Wir gehen zuerst hier oben Hin und gucken mal danach Ja, aber da war ich doch noch gar nicht Spoilerst du mich hier etwa, Achim? Hä? Ich werde jetzt auch reingerannt Und hinter alle umgebracht Aber ich meine Wir haben ja jetzt erstmal Diesen Code Die Donauwelle Oh Okay Kein Hotdog drauf Damit können wir halt gucken Was wir machen können Starlight Kriecher Starlight Bären Hören Sehen Bitte? Ich dachte hier sind freundliche Wiesen Bäm Ist das hier auch ein Ghoul? Alter Junge Wir haben die ganze Zeit versucht Mein, äh Hier Wie heißt das nochmal Mein Watz zu aktivieren Hallo? Mein Watz funktioniert nicht Ich weiß nicht, wo die Gegner sind Wo ist ein Gegner? Ich muss mein Watz testen Okay doch War da hier nicht gerade jemand? Zum Glück haben wir noch Munition ohne Ende Ach so Ich dachte du hast das schon mal gespielt Darin Ist das ein Mensch da hinten? Kann ich sehen? Da Er versucht sich zu verstecken So einmal ins Knie Und dann weiter Hey Hau ab Oh Ich dachte du wärst eins von diesen Monstern Willst du mich ausrauben? Tja Pech Ich hab nix Du Findest bestimmt was Gib mir was immer du hast Hey Das ist ja gut Oh Du meinst das ernst? Natürlich Hier Jetzt habe ich wirklich nichts mehr Lässt du mich jetzt in Ruhe? Nö Oh verrückt Ich bin hier um dich auszurauben Gib mir alles was du hast Hab dir schon alles gegeben Was ich hatte Weißt du doch Jetzt hau ab Gib mir mehr Hab dir schon alles gegeben Ich habe gehört Dass du damit geprahlt hast Alle beim Sägewerk von West Virginia Vertrieben Vertreiben zu können Wie? Oh Du hast mit dem Brandopfer geredet Ja Ich habe ein Ass im Ärmel Aber das rücke ich nicht umsonst raus Kann sie alle töten Wenn ich will Aber ich verrate es nicht einfach so Ich will was dafür haben Ich kann sie alle töten Wenn ich will Aber ich will dir nicht Nein du rückst es umsonst raus Du legst es echt darauf an Von mir aus Nimm schon Und dann geh bitte sterben Eines Tages werde ich sterben Guck mal da ist ja noch was Brauchst du bestimmt nicht Ich habe dich gehört Da Seh dich doch Der Watz funktioniert irgendwie nicht richtig Na gut Mit Stealth Boys wollte er also da reingehen und alle töten Oh Zero Du bist tief gefallen Sehr tief Die Ärmsten Die Ärmsten zu bestehlen Der hatte drei Stealth Boys Ja Also ich bitte dich Der ist doch nicht arm Der hat bestimmt irgendwo ein Lager Mit Goldbahnen und so Alter Junge Weg Ich nehme halt was ich kriegen kann Wir sind in einer Welt Die am Ende ist Und nur die stärksten überleben Außerdem sah er schon sehr suspekt aus Und suspekte Leute sollte man beklauen Das habe ich gelernt in meinem Leben Instant Püree Sehr schön Essen nehme ich auch gerne Und außerdem ist das nur ein Spiel Alles klar Na gut Dann können wir weiter Töte den Baditenanführer Oder bring den Baditenanführer dazu Das Wayward in Ruhe zu lassen Aber wieso hat er mir jetzt seine Stealth Boys gegeben Das Sägewerk ist doch schon ausgelöscht Er hätte mir doch einfach sagen können Ich habe Stealth Boys Mit denen könnte ich das machen Aber ich habe ihm nicht gesagt Dass er sie mir geben soll Verstehst du? Die Frage Man kann hier doch bestimmt einfach rüberspringen Oder? Bestimmt Ich bin freundlich Scheiße Jetzt muss ich sie wirklich töten Ich hatte noch Ich hatte noch das Codewort Ich wollte euch nur demonstrieren Wie scheiße euer Lager wirklich ist Kann ich zurück? Krass Ich war nie da drin Ich war nie da drin Stimmt Durch meine Mutationen Kann ich ja so hoch springen Deswegen habe ich das easy geschafft So Sind die jetzt böse auf mich Wenn ich da jetzt hingehe Regulär Guck mal Da ist der Boss drin Kann ich ihm von hier aus schon erschießen? Ich sehe ihn ja nicht Habe ich eine Waffe mit Äh Mit einem Visier Ein Jagdgewehr Ein tolles Injektor aber Ohne Visier Stefan Der wird wahrscheinlich weiter oben sein, oder? Ich sehe ihn nicht War da nicht gerade einer? Hallo Hallo Ich bin eine freundliche Person Oh Gott Ich glaube der ist nicht so freundlich Hey Ich habe jemanden gefunden Ja Ja das ist unser neues Codewort Ich wollte euch nur noch zeigen wie schwach eure Ausrüstung hier ist Ich bin eigentlich freundlich Weißt du ich bin doch mal rausgesprungen Um denen zu helfen Hat da gerade jemand Musik gespielt? Wo seid ihr? Guck mal Wenn ich noch ein Stück weiter zurückgehe Könnte ich vielleicht den Boss schon sehen Ah der ist natürlich da hinter der Mauer Oh hey Du wolltest es nochmal probieren was? Haha Wer weiß Bescheid Verdammt Oh es will spielen Na los Lebst du etwa noch? Ja Wo? Wer schießt mich da an? Ach da ich sehe dich Da bist du Oh Gott Den zu treffen wird nicht leicht Ah Ich sehe nicht wo der letzte ist Ach der Haar Der direkt vor meinen Augen Ist einfach alles grau So schön So Mr. Boss Du und ich ja Vielleicht kann ich ja mit ihm reden Und sagen Hey ist alles gut All deine Leute sind zwar tot Aber es ist alles gut Ist von auch irgendjemand hier Mein Watzmodus sagt mir gar nichts Aha Ich höre Schüsse von hier Ach da guck mal Jetzt sind wir so weit So die Frage ist können wir jetzt mit ihm reden oder wird er mich direkt ausschalten wollen Oh guck mal Klopf klopf Okay Jetzt sind wir wieder hier im Einzelspielerbereich ja Habt ihr was zu essen? Weißt du wenn es hier eine Arm dran ist dann ich Ich hab nicht mal was zu essen Du warst gar nicht weg Dann aber gleich für immer Wow 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 Kollege Okay die sind hier auf einem höheren Level Oh nein Damit hab ich nicht gerechnet Junge Sorry Habe ich überhaupt Stimms dabei? Na ich wollte eh was trinken ne? Das halt mich ja auch Und was essen Ich glaube eigentlich Ist die 10mm besser im Nahkampf Fernator Oder der Fernator Der ist auch ganz gut Surprise Ja der Fernator ist gut Okay Diese persönlichen Bereiche sind anscheinend auf das Level angepasst oder? Kann das sein? Ich kann mir nämlich nicht vorstellen Dass hier so ein kleiner Dude reinkommt Mit seinem Level 2 Hohoho Ich mach sie jetzt an der Geburt Das bezweifle ich stark Oh da geht es richtig tief rein Wie kann das Ding funktionieren Ohne einen Generator? Äh ich mein ohne Hier Wer ist das nochmal? Fusionskern Gedöns Alles klar Dann müssen wir zuerst nach oben gehen Jetzt ne Bastelwerkstatt Bisschen Tepitin Nehme ich auf jeden Fall mit Streuend Komm Kann man auseinander bauen Ödlampe Klebeband Noch irgendwas hier Aluminium hab ich gesehen Dose Aluminiumdose Da hatte ich Wollte ich doch Was haben wir noch hier? Stangen mit Zigaretten Kann man bestimmt gut verkaufen Jetzt wo NPCs wieder da sind Jetzt ne Junkies Hinterbein Na gut Dann gehen wir doch einfach mal runter Nehme ich noch was Oh Zuckerwatte Essen ist Essen Alles klar Ab geht's Leute Jetzt wird geschlachtet Ich wollte es auf die freundliche Art und Weise machen Zumindest bis zum Schluss Und dann Den Boss umbringen Niemand hat von Berta gehört Vermutlich hat es ihn endlich erwischt Berta hatte sowieso keine große Chance Dachte immer schon Dass jemand alle Tassen im Schrank haben sollte Um unseren Preis für uns zu finden Hallo proper level 66 Am besten sollte ich den anvisieren Mit meiner Waffe ne Direkt den Kopf vor den Schultern schießen Keiner der jetzt irgendwie sauer auf mich ist Dass er ein Bastard ist Hast du Selbstgespräche geführt? Mit wem hast du Achso Mit Jackie Der hat einfach mal nicht bemerkt Dass sein Kumpel gestorben ist Kann schon mal passieren Dass jemand einfach mal so umkippt Kleine Kreislaufschwäche Dich nehm ich mit Und das Wasser Neue was hier für mich Alkohol Ne Achso Zigaretten Oh Essen Na komm Nehmen wir ein Bier mit Kann ja nicht schaden Der Sack ist leer Ölkanister Aha Die ist leer Oh lol Hallöchen Das Wayward Verhör Nein So Sag das nochmal für die Aufnahme Den Namen Crane Und wo ist dieser Crane? Ich hab ihn gesehen Im Wayward Der Bahn nördlich von Flatwoods Und was weiß er? Er meinte Er war einem Wort Auf der Spur Einem für Leute Oder für Zeug Die Art In der Zeug liegt Die Art In der Zeug liegt Das Thema Wäre geklärt Glaubst du Es handelt sich Um den Schatz? Weiß ich nicht Hat er nicht gesagt? Nun Wäre es nicht gut Das herauszufinden? Ja Fürchtest du dich vor mir? Oh Gott Ja Keine Angst Wir sind keine Monster Bloß Pragmatiker Du darfst aufstehen Du bringst Mich jetzt nicht um? Nicht ohne einen guten Grund Hast du ein Zuhause? Nein 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 Suchst du eines? Und Und was Was soll ich machen? Geh nach oben Iss und trink was Erzähl uns was Vielleicht hilft dir das Auf die Sprünge Danach Können wir reden Und wenn ich gehen will? Wir sind hier alle frei Eine kleine Familie Wir passen aufeinander auf Der Rest der Welt Kann zur Hölle fahren Okay Was haben wir derzeit drinnen? Verbesserte Reichweite Überlegende Rückschlussdämpfungen Ich glaube das war Schon ganz praktisch Aber wer war jetzt die Frau? Ah jetzt haben wir endlich ein Visier So was hat er hier noch gesehen da? Was stinkt hier so? Zur Erinnerung Entweder ist irgendwas hier unten gestorben Oder jemand wurde verschüttet Als man dieses Gebiet ausgegraben hat Jackie soll einen Hund herbringen Und ein bisschen herumschnüffeln lassen Ich kann den Gestank nicht mehr ertragen Mir ist Was ist hier? Oh Gott Cliffhanger Was könnte denn hier so stinken? Kühlschrank Keine Ahnung Aber das hier nehme ich gerne Patronen und Haarklammern sind gerne gesehen Aus irgendwelchen Gründen suche ich einen Bowlingkegel Holz vielleicht Hinterlasse der Bande eine Nachricht Ein Tresor Das habe ich gar nicht gesehen Stufe 0 Ja gut Ich laufe hier natürlich OP durch die Gegend Muss man dazu bedenken Ach komm Das ist die Stufe 0 Schloss Junge Regt mich das manchmal auf So Wo kamen wir her? Von oben ne? Jetzt weiß ich wieder Was ich nicht vermisst habe Ein Fußball Und den kann ich natürlich nicht mitnehmen Den würde ich gerne bei mir wo platzieren Aber es geht wahrscheinlich nicht Oh Nachricht hier in Kritzeln Mit roter Farbe bestimmt ne? Komm Tu's Tu's Ich war hier Ja Leave the Wayyard alone Als wäre ich hier der übelste Massenbürder Ja gut Vielleicht ein bisschen Okay Dann Haben die hoffentlich die Message jetzt verstanden Man kann über euren Zaun springen Wenn man das tut Dann ist man nicht mehr euer Freund Wollte ich mal so erwähnen So Sprich mit Dutchess wieder Okay Was können wir machen? Der verbindete Bruchlandung würde ich auch eigentlich ganz gerne machen Dann haben wir noch Was war das? Da ist doch jemand wo er nicht hingehört Wieso lebst du wieder? Leben jetzt alle wieder? Von wegen Ich hab sie auch umgebracht Oh guck mal Ich treff nicht mehr So Mir war es wichtig halt so ein Visier zu haben Weil ich werde unsichtbar Und dann sehe ich gar nichts mehr Der bringt mir ein Standardvisier eigentlich wenig Wer lebt denn noch hier? Aber warum? Naja Was ich schade finde ist Die hätten ruhig die Karte nochmal ein bisschen größer machen können Dass man aus West Virginia vielleicht ein bisschen raus kann In ein anderes Gebiet Das wäre noch ganz cool gewesen Ich meine natürlich haben sie das ganze erste Gebiet überarbeitet Klar Aber irgendwo ist es ja trotzdem noch dasselbe Na gut Zurück zum Wayyard Die sind da immer noch Bewegen sich die Punkte überhaupt noch? So Ja Mensch Also wenn wir so weitermachen Haben wir es auf jeden Fall schnell durch hier Bin gespannt wie lange das läuft hier mit den Quests Weil die haben auch echt lang gebraucht dafür War das nicht eigentlich sogar schon für Sommer 2019 geplant? Das DLC ich glaub schon Hallo Du bist zurück Hast du es geschafft diese Rüpel loszuwerden? Ich hab ihnen die Nachricht übermittelt Sie werden kein Ärger bewachen Das weiß ich doch noch gar nicht Ihr habt ihnen eine Nachricht hingeschrieben Aber das können sie auch als Kriegserklärung zählen Okay das hör ich gern Aber so wie du mich anguckst Hab ich ehrlich gesagt keine weiteren Fragen Was deine Verhandlungsmethoden angeht Ich bin über den Zaun gesprungen Gute Arbeit Vielleicht können wir dir wirklich vertrauen Vielleicht Da wäre noch die Sache mit meinen vermissten Helfern Die waren zuletzt hinter ein paar Zwielichtigen Typen her Kam nicht zurück Die beiden wissen sich zu wehren Wenn sie so lange fort sind Muss etwas passiert sein Finde sie Dann fällt mir vielleicht ein bisschen was über Crane wieder ein Also du weißt wo Crane sich befindet Ich werde langsam alt und vergesslich Aber du kannst meinem Gedächtnis auf die Sprünge helfen Indem du meine Leute findest Ich kann dir auch einfach eine Knarre ins Gesicht halten Was willst du dafür bezahlen? Klingen 100 Kronkorken gut für dich? Du scheinst diese Leute zu bögen Sie sind sicher auch 150 Kronkorken wert Könnte sein Also gut Abgemacht Du findest sie also für mich? Sicherlich Das höre ich gern Die erste vermisste Person heißt Polly Sie trägt einen Sender, den du mit deinem Radio aufspüren kannst Der zweite Vermisste nennt sich Saul Die beiden sind wie Pech und Schwefel Wenn du einen von ihnen findest, kann der andere nicht weit sein Wenn ich sie wieder persönlich zusammenstauchen kann, wirst du dafür ordentlich belohnt Polly trägt einen Sender in sich Ja, so ein kleines Ding direkt unter ihrer Hülle Falls sie mal abhanden kommt Sagte ich, dass sie ein Kampfroboter ist? Aber sie ist freundlich gesinnt Hab sie nach dem Kauf umprogrammiert Sie wird ihr also nichts tun Es sei denn, ihre Kampfsperre ist im Arsch Dann ist alles möglich Saul hätte sich auch einen Sender einsetzen lassen können Aber er hat abgelehnt Das hat er nun davon Polly war doch dieser Militärroboter, den wir draußen gesehen hatten einmal, ne? Okay Was kannst du mir über diese Dinge erzählen, hinter denen deine Leute her waren? Sie werden die Verbrannten genannt Unangenehme Gesellschaft In jeder Hinsicht Die Haut ist ganz wund Und es wachsen Kristalle aus ihnen raus Und sie kennen sich gut mit Knüppeln und Knarren aus Also nimm dich auf jeden Fall in Acht vor ihnen Kapiert? Nee, ich hab glaube ich schon mehr von denen umgebracht, als du gesehen hast Ja gut, ich finde heraus, was mit denen los ist Danke Polly's Senderfrequenz ist 99,7 Von der Station wurde Appalachia früher mit Jess versorgt Ich dachte mir, jemand sollte davon profitieren Finde raus, was aus ihnen geworden ist, okay? Wenn ich neue Leute brauche, will ich die alten nicht im Stich gelassen haben Na gut, 75 jetzt Für die Quest, die wir erledigt haben Und 150, wenn wir fertig sind, alles klar So Polly Ich hol dich jetzt Na nice Ordentlich Sachen Gemeinsam stark Oh guck mal, hier ist ihr zu Hause Tollen Geschmack hast du Okay, hier ist ein versperrtes Zimmer Dessen Tür jetzt nicht aussieht wie eine Tür Okay, vielleicht wollen wir herausfinden, was da ist Gehen wir erstmal raus Oder vielleicht wird das mein Herz, meins sein Mein Zimmer Kann ja auch sein, dass die da für mich ein Zimmer hinstellen Und sich dann Keks freuen Ich bin am überlegen, ob wir Kurz eine andere Quest einschlagen Was sagt ihr? Sollen wir diese Quest weiter machen Oder sollen wir mal gucken, was Bei den anderen beiden noch so los ist Solange werde ich dann weiter erstmal Polly suchen Polly war hier, jetzt ist sie nicht mehr da Wär jetzt gedacht Regen Scheiß, Wetter Na gut Mir wird ja auch gar nicht angezeigt Achso, ja Der Sender Aber was ist das da? Achso, stimmt Das war das hier Ich verstehe Okay Vielleicht hätte ich fragen sollen, wo sie zuletzt waren Aber ich habe gedacht, das wird mir eh auf der Karte angezeigt Aber jetzt ist es zu spät Radio Die Koordinaten lauten 1, 8, 1, 4 2, 2, 7, 4 6, 4, 8 Wiederholung aktiv Also doch Ach, wann muss ich das aktiv halten? Er ist ja nervig Die Koordinaten lauten 1, 8, 1, 4 2, 2, 7, 4 6, 4, 8 Wiederholung aktiv Na, zum Glück ist das hier in der Nähe Hätte schlimmer sein können So, liebe Leute Dann wollen wir uns heute mal einen Roboter fangen Äh, ist er schon hier? Die Koordinaten lauten 1, 8, 1, 4 2, 2, 7, 4 Ach, guck mal, der Schatzsucher Er ist wieder da Er ist wieder im Leben Hallo Ich kann dir nur raten Dich um deinen eigenen Kram zu kümmern Hä? Den letzten konnte ich erschießen Oh oh Es gibt immer einen Weg Der hat gar keinen Schatz dabei Bullshit Vielleicht muss man ihn verfolgen Das nächste Mal verfolgen wir ihn 2, 2, 7, 4 6, 4, 8 Wiederholung aktiv So, meine Liebe Wo bist du denn? Okay, hier sind auf jeden Fall Schon mal keine Gegner Alles gut Ach, guck mal Das ist doch eine Höhne Die wir noch nicht kennen Vielleicht sollten wir da gleich Mal kurz rein spazieren Wenn wir schon mal hier in der Nähe sind Huch Was ging denn hier ab? Verbrannte Leiche Oh, die hat Spaß gehabt Wo ist die jetzt? Suche im Gebiet nach Hinweisen auf den Verbleib von Dutchess Wachen Achso, nee Geht jetzt hier wahrscheinlich nur um Die Wachen Ich sehe keine Hinweise Ich sehe keine Hinweise Hey Was für Hinweise Das ist ein Pilz Das ist ein Pilz Hallo Was für Hinweise Ich würde am liebsten Zur Höhle erstmal gehen Können wir schon sehen Was das für eine Höhle ist? Ich habe nicht die Geduld für sowas Verbrannte Leiche Verbrannte Leiche Seht ihr hier irgendwas? Aha Bergwerkproduktionsprotokoll Bergwerk am Gauley 881 Interstate 59 Zeitraum hast du nicht gesehen Eisen, Kohle, Uran Anmerkung des Vorarbeiters Boss Die Ausbeute ist miserabel Die Menge an verbrannten Verwendbaren Erz Lohnt sich nicht Da passiert nichts mehr Vielleicht sollten wir uns An die Hornrides wenden Eventuell Können wir mit ihnen Maschinen Mit ihren Maschinen Alles wieder in Gang bringen Die Hornrides Ach guck mal Ich glaube wir müssen sogar In die Höhle Das war doch Hornrides Industries Da waren wir doch schon Da haben wir schon alles Auseinander genommen Ups Ne aber das ist nicht die Höhle Die ich Meine Weißt du was Bevor wir weitermachen Ich Ich habe die Ja Hier ist gut Weg mit euch Ich will erstmal in eine andere Höhle Es juckt mich in den Fingern Wenn ich etwas nicht kenne Und deswegen gehen wir erstmal darüber Weil in der Höhle waren wir Sogar in den letzten Folgen Ne Von Forage Äh 76 Ist ja gar nicht lang her Oder ist das nicht Vielleicht sogar eine Höhle Die verbunden ist mit denen Vielleicht kommen wir jetzt von hinten Die Assassinen Glaubt das können wir gebrochen Danger Alles klar Eine Miete die man besuchen sollte Bergwerk am Gaulé Ausgang Sag ich doch Wir kommen jetzt von hinten Und machen die fertig Tatsächlich Wie lustig So ist da eine Leiche Hey Hey Ist da jemand Holt mich mal jemand raus Polly Nee Das kann doch nicht sein Du warst doch Ein fetter Roboter Besten Bild Für die Götter Also haben dich diese Dinger Nicht erwischt Hast du zufällig Auf dem Weg hierher Einen jungen Mann gesehen Anfang 20 Bisschen durch den Wind Und mit einer extra Portion Blei im Körper Ich hab ihn nicht gesehen Mist Er muss wohl Verloren gegangen sein Hör mal Wie wär's Wenn wir uns gegenseitig helfen Mein Freund ist verletzt Und ich vermute stark Dass er versucht Zu unserer kleinen Bar Am Fluss zurückzufinden Dem Wayward Wenn du mir hilfst Ihn zu finden Dann röste ich alles Das uns schief anschaut Wir rösten Was meinst du damit? Noch nie einen Aggressortron gesehen? Wahrscheinlich besser so Die leuchtende rote Perle In meinem Gesicht Unterstreicht nicht nur Meine brillante Persönlichkeit Sie ist auch zufällig Ein Multi Gigawatt Laser Heb mich mal hoch Und drehe an meinen Hals servus Dann schieße ich einen Laser ab Bei dem Oppenheimer Zu bieten Anfinge Also Sprengen wir den Saftladen? Kriege ich Polly als Waffe? Und bezahlst du mich auch Für deine Rettung? Werde ich nicht Aber unsere Chefin Dutch Is a Wayward Ganz sicher Ja, aber ich kriege doch schon Geld von dir Ich will mehr Was ist eigentlich passiert? Diese Kristallviecher Eins zu viel Denn Psychics Die sind zwar widerlich Hässlich Dumm Mies angezogen Taktische Nieten Und viel zu aufdränglich Aber haben vor überhaupt Nichts Angst Sind so viele Auf mich losgegangen Dass es mir den Kopf Abgerissen hat Also Vorhang auf Für meine aktuelle Zwickmühle Also Hilfst du mir Oder nicht? Okay Perfekt Also dann Lass uns mal Hörst du das? Ja Klingt als ob sie sich Neu formiert hätten Wollen wir sie Inheim zahlen? Komm Schätzchen Wir sorgen dafür Dass die Dinger Das Wayward Nie wieder anrühren Kann ich ihm eine andere Waffe nehmen? Die ist doch besser bestimmt Okay Ach stimmt Die konnte man ja mehrfach laden Ne? Um Gottes Willen Bis dann Du bist eine scheiß Waffe Wir sind level 40 Alter Mädel Die sind level 40 Mit hier kann ich nichts anfangen Ich muss mich ganz kurz mal Wann hast du nie Das letzte Mal gewaschen? Hast du meine Tasche? Nie Ich weiß nicht Ob ich jetzt Hosen waschen würde Weil Unterhosen Kann ich nur verstehen Aber Hosen Mann Komm mir nicht zu nah Ich hasse es Und das sollte ich mit ihr machen? Am Arsch In einem zu hohen level glaube ich Jetzt muss ich da noch was zurücklaufen Wuch Ei Okay So Ich glaube jetzt bin ich die meisten los Aber Da hinten wird mir doch noch was angezeigt Achso Baue Kohle im Bergwerk ab Ah gut Komm Können wir doch zeitgleich machen oder? Ich weiß nicht wie man da hinkommt Au Aha Jetzt laufen wir rückwärts hier entlang Hä Junge Komm zurück Ich habe es verstanden Oh Gott Hilfe Um Himmels Wind Oh nein Nicht töten Bitte nicht Oh Nein Lass mich vorbei Oh 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 Okay 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 Ich bin jetzt safe Hört auf zu schießen Ich habe nicht viel Leben Der muss weg Okay Alles gut Jetzt kann ich mich kurz verstecken und heilen Ich glaube ich habe meine Stimps hier nicht drin Scheiße Gottes Willen Kurz was essen Oh Beidewege auch trinken Wo sind meine Stimps Stimpack Oh Okay Legen wir Fanator erstmal nicht weg Oh Junge Oh Ist mir ganz warm geworden Ich glaube das sind Gegner die hier noch sind Ne Aber die sind hier einfach gespawnt Komm hier Oder noch besser Todeskrallenhandschuh Äh Ich hoffe das Ding ist gewaschen So hier geht es ja raus Aber ich will ja nicht raus So Jetzt habe ich meinen Handschuh draußen Den habe ich ganz vergessen Jetzt kriegen die aufs Fressbrett Zack Zack Ja da hat er nicht gerechnet Dass ich auch einen Nahrkampfverfahren habe Schweine Oh hallo Der Generator wird mir wahrscheinlich nichts geben Eigentlich muss ich hier nicht durchlaufen Aber ich will diese Kohle haben Alter Perfektionist Was war das? Abholschein Okay Pleasant Valley Abholschein Oh hi Duda Nicht schießen Ach Ich bin friedlich Ich komme gleich wieder ja Ich muss nur kurz eine Sache überlegen Schön im Zickzack laufen Dann treffen die mich nicht Huch Oh Oh was Okay hier ist die Kohle Okay ich wusste nicht dass der Typ doch noch hier ist Der suche das Notfallsignal und Ach so noch mehr Kohle Das heißt ich wurde einfach nur geprankt Das da ist gar nicht unsere Quest Das ist eine andere Quest Hey 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 Hast du ein Stimpack? Ich hab Schmerzen Sorry Ist Ist schon in Ordnung Ich Ich hätte dir eins gegeben Hätte ich eins Also hat Dutchess dich zur Rettung geschickt? Du Mutantenmeister? Mutantenmeister? Nö ich bin der Weihnachtsmann Und du warst in diesem Jahr sehr unartig Nein Hat sie Aber wenn du Hilfe willst Kostet das was Da redest du mit dem Falschen Dutchess ist bei uns für die Knete zuständig Verdammt Und hey Sie wird sich bestimmt erkenntlich zeigen Sobald wir zurückkehren Ich will noch mehr Geld Mehr Geld Diese Verbrannten Haben die Bar ausgeraubt Darum haben meine Robo-Schwester Polly und ich sie verfolgt Um sie auszuräuchern Aber ein paar von ihnen haben uns gesehen Polly hat sie tiefer in die Mine getrieben Ich hörte Kampfgeräusche Aber dann Nichts Sie muss verletzt sein Bitte Du musst Polly finden Sie darf nicht wegen mir Bitte Finde sie einfach Ich habe sie schon gefunden Ich habe Polly schon gefunden Sie lebt und ist sicher verpackt in meiner Tasche Ist sie das? Seltsam Aber super würde ich sagen Dann sollten wir sofort zurück ins Wayward Wir sehen uns dort Alles klar Cheffe Wir sehen uns dort Ich muss doch kurz mal Ein bisschen Kohle mitnehmen Geld Ist doch eigentlich nichts anderes als Papier Kann man bestimmt Toilettenpapier erstellen Ist ganz wichtig in der momentanen Krise Alter Also ich verliere sehr viel Leben Durch die ganze Aktion hier Vielleicht solltest du mal zu mir kommen Das wäre doch ein Deal Und dann gebe ich die 1 mit Oh Kryo Granaten Nehmen wir auch mal mit Kommst du? Ich weiß nicht mehr, dass ich hier bin Das ist perfekt Okay Da ist die Kohle 20 Kronkorken Wow Naja So, jetzt sind wir auf der anderen Seite, ja? Wieso nicht? So, hier ist das ziemlich eng Der Krall ist auch halb am Arsch Und hier Hätte er zumindest gehofft, dass hier eine Tür ist Ah, ich sehe schon Okay, oder auch nicht Oh nein So, wir haben da eh noch ein bisschen Platz drin in unserem P Und daher können wir es auch erstmal drinnen lassen Geht doch War klar Du scheiße dran Ach, hier ist die Tür Hä, aber warum Wo zeigt dann diese Quest hin? Da unten hin? Keine Ahnung, gehen wir hier lang Die Frage ist, hätte ich ihm jetzt ein Stim gegeben, würde ich dann mehr Kronkorken bekommen? Weil ich habe ihm ja aus seiner brenzlichen Situation geholfen Ich meine, er wird es jetzt auch so überleben, aber ich habe meine Stims noch Die sind mir heilig Ich liebe übrigens dieses Bild Einige Bilder, die ich gemacht habe, die sind wirklich gut geworden Verdammt Die Munition ist doch korrodiert War zu lass in der Höhle Kann dir jetzt nicht mehr helfen? Ich glaube, das musst du auch gar nicht Die sind jetzt hier schön wieder Level 1 Da oben Okay, gehen wir zurück Zum Wayward Ich muss sagen Bisher Sind die Quests gut gemacht Die sind abwechslungsreich Und Auch nicht langweilig Bisher bin ich Positiv Auf jeden Fall überzeugt Macht es jetzt noch nicht zu einem grandiosen Spiel Aber zu einem besseren Spiel Hey Habe ich dir auch schon gesagt Sie ist in meiner Tasche Sol hat gerade erzählt, was da passiert ist Du hast ein Talent dafür, gerade im richtigen Moment aufzutauchen Wartet kurz Polly, 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 Polly Oh Gott Polly? Oh Du siehst nicht gerade gut aus, meine Liebe Fühlt mich auch nicht gut, Duchess Nun, warum legst du sie nicht ab? Äh Die Kanne sollte gehen Die Kanne? Welche Kanne? Achso Ziemlich eng hier So geht das überhaupt nicht Oh Polly Das ist alles meine Schuld Nein Solomon Hör auf Das ist nicht Äh Duchess Hast du den vorher ausgeleert? Habe ich etwa Nein Nein Ganz bestimmt Duchess Kein Problem Ich kann das beheben In Summersville Gibt es ein Robotergeschäft Es Oh Wow Solomon Du gehst nirgendwo hin Bitte verzeih die Frage Aber besteht vielleicht die Möglichkeit, dass du uns hilfst? Es wird sich für dich lohnen Finde diesen neuen Körper für Polly Dann erzähle ich dir alles, was ich weiß über Crane und seinen Schatz Bitte sag ja Äh Erwartest du, dass ich einen kompletten Aggressortron hierher schleppe? Mach dir darüber keinen Kopf Sol Hast du noch einen von diesen Sendern? Äh Äh Aha Befestige Sols Sender an dem Körper Meine Leute holen ihn dann Sobald es sicher ist Naja gut Gut, dass ich dann den Stim nicht verbraucht habe Denn Big Bronx hat gerade geschrieben, er hat nichts dafür bekommen Seht ihr Leute? Nett zu sein, bringt euch einfach gar nichts Zumindest nicht in Spielen Ich meine, wenn du jetzt hier in der Realität jemanden einen Verband um den Kopf wickelst, weil er blutet Dann bringt dir das natürlich was Ne Also jetzt Lob, Anerkennung Aber hier Die können ja nicht mehr denken Wo finde ich einen neuen Körper für Polly? Hast du einen Vorschlag? Äh Ja Ja Es Gibt da dieses alte Robotergeschäft in Summersville Duncan Und Duncan Die Die Besitzer haben es zugenagelt Aber es gibt einen Weg hinein Wenn du weißt, wo du drücken musst In Samarul War das nicht dieser Dieses Lager im Norden? Wusstest du etwa die ganze Zeit, wo der Schatz ist? Was machen wir dann hier? Schätzchen Es ist Kompliziert Es ist immer kompliziert, bei euch weibern Ich wähle dir alle blutigen Einzelheiten Wenn du uns hilfst Na gut Wunderbar, danke Hier, der Ortungssender Befestige den einfach an Pollys neuem Körper Wir übernehmen den Rest Und nimm das hier und bring es im Geschäft an Lass es unverriegelt Damit wir den Körper später abholen können Und stell sicher, dass er neuwertig ist Kein Schaden Keine Umprogrammierung Alles auf Fabrikeinstellung Beim Transfer darf nichts schief gehen Ich wiederhole mich nur ungern, aber Danke Wenn du das erledigst, schulden wir dir echt was Geld Eine Menge Oh, ich stehe kurz vom Level ab Wie cool Na gut Wir haben aber nicht über Bezahlung gesprochen Das ist uncool Ich hätte gerne Bezahlung Na gut Ich muss sagen, bisher Richtig cool Ich meine, dass man Den Kopf rausholen muss Um den zu zeigen Dass man den da irgendwo ablegt Das hast du in anderen Spielen nicht Haben die gut gemacht Haben die echt gut gemacht Nur der Laderbildschirm ist Immer noch so lang Aber wo ist dann War das War das nicht Polly? Jetzt muss ich in der Aufnahme nochmal gucken Ich hätte schwören können, dass hier Polly rumgefahren ist Und die war 100% kein Aggressortron Was geht denn hier? Ach, hier hat jemand eine Basis aufgestellt Von Victor111 Ja gut Es macht wirklich viel Sinn Das neben diesem Gebäude aufzubauen Respekt So, Gegenstände verwerten Einmal kurz leichter gemacht Als ich angefangen habe War ich ziemlich verwirrt Was ich machen soll Denn du wurdest dir kaum an der Hand geführt Du musstest einfach nur rumrennen Und dann zufällig auf Ereignisse stoßen Zufällig auf das stoßen Es war einfach nur Ja Es war kein Faden zu sehen Wo du dich dran richten konntest Du musstest alles selbst Quasi erarbeiten Ich meine Es ist Im Prinzip ja nicht schlecht Sowas Aber man fühlte sich In Fallout 76 Halt wirklich verloren Also richtig verloren Weiß jetzt natürlich nicht Wer der Fall ist Jetzt kann man die einzelnen Gebiete Wirklich erkunden Es hat mehr so Dieses Fallout Feeling Muss ich sagen Um dich herum Explodiert etwas Guck dich doch mal um Verdammt Ich finde dich Ah, das sind Schurken Cool Da hinten ist noch eine Hütte Und was anderes Was hattest du denn da? Hm Niedergewehr Ich tendiere dazu Da hinzulaufen Ganz ehrlich Er ist auf der Quest Weißt du was Wir schauen uns jetzt um Aha Das außen war Bessie Ich bin der Kuh Du bist die Hennen Wenn du Spaß dran hast Ich werde jetzt erstmal kurz erkunden Hier sind nämlich noch Gebiete Die ich nicht kenne Das reizt mich momentan mehr Hallöchen Was bist denn du? Ach ja Beim Big Bang Tunnel Kann man jetzt ein Event starten Wo man eine Karawane Durch den Tunnel Beschützen muss Ah Soll dieser große Langweilige Tunnel Oh Tomahawk Sicher Ja super Was ist das für ein Symbol Ich höre eine Sirene Wo ist das für ein Haus? Wo ist das für ein Haus von einem World Bewohner? Ich glaube das ist eine Alarmanlage Oder? Da kommt es her Hä ist doch jetzt aus Oh von dem Scheiß Okay das ist ein Zuhause von einem World Bewohner Da will ich jetzt aber nicht einbrechen Sonst werde ich gesucht Na gut Dann erkunden wir ganz kurz hier mal die Ecke Ich weiß nicht ob das neu ist Oder ob ich das damals nicht gesehen habe War alles gut mit der Aufnahme? Leckt das Stream ein bisschen? Ich glaube schon Muss ich mal gucken Vielleicht muss ich mal die Aufnahme neu starten Also falls ihr was bemerkt Dass es irgendwie nicht flüssig ist Oder ruckelt Oder so Sagt mal Bescheid Das ist ganz wichtig Wir nehmen nämlich keinen Scheiß abliefern So da ist die Höhle Untersuche das Notfallsignal Was war das hier? Die Tiefe Hä? Sind die verbunden? Gibt es hier eine riesige Welt Unter Fallout Shelter? Das wäre ja awesome Holy shit Level 60 Ach du Scheiße Oh mein Gott Okay Hier geht das ab Hier geht das richtig ab Also Höhlensysteme sind jetzt wahrscheinlich levelbasiert Da Hm Interessant Möchte ich mir auf jeden Fall angucken Aber Wenn wir schon mal hier am sterben sind Sollten wir die Stimpacks auf jeden Fall Als Favoriten Und jetzt müssen wir aufpassen Die Grillen hier scheinen ein bisschen Crazy Druck zu sein Alles gut Nur für den Präsidenten Hier ist James Addison Mitarbeiter im Whitespring Resort Ich sag euch Die haben mir nie geglaubt Aber ich hab die Wahrheit gefunden Ich schwör bei allem Was mir heilig ist Ich hab's gefunden Es Es hat mit diesem Rumpeln angefangen Wir hatten kleinere Erdbeben Richtig gehört Erdbeben Ausgerechnet hier In diesem Waldabschnitt Ich wusste Irgendwas stimmt nicht Und ich wollte es allen beweisen Ich seh nichts Die Leute im Resort Haben mich ausgelacht Aber Tja Jetzt lache ich Ich hab Ein unterirdisches Raumschiff gefunden Und Der Treibstoff Der aus dem verdammten Ding austritt Ha Der lässt die Felsen leuchten Ich erzähl's dem Präsidenten Und wenn's das letzte ist Was ich tue Ich werde ein Held Dich verleihen mir die Ehrenmedaille Aber Genug gequatscht Muss zurückschwimmen Zu Ruhm und Ehre Robbie Wisch ich das verdammte Grinsen aus dem Gesicht Alles klar Ich will hier auf jeden Fall rumlaufen Äh Aber erstmal Äh Ein bisschen Red Away Okay Das ist hier gefährlich Habe ich noch Red X dabei Habe ich nicht Scheiße Ich könnte natürlich versuchen Mit meiner Bagger Rüstung Hier lang zu laufen Oder ich muss mal ganz kurz Auf stille Örtchen Bis gleich So Ich habe schon gehört Dass wir überlastet sind Und das ist uncool Oh Hi Was geht Okay Ich muss mein Zeug wieder kriegen Aber ich bin überlastet Ne Ne Gar nicht Okay Wie sieht's mit dem Red aus Ist das in Ordnung Kann ich hier Lichter machen Ja Muss auf jeden Fall ein paar Stimms reinziehen So Zu Mainz Guck mal Der Taucheranzug Wollte ich meine Sachen klauen Wenn das nicht auf Klo bin Ja So ist das also Wie er da so lang läuft Hallo schwimmen So ich muss mal ganz kurz Ich weiß wir sind in Radioaktivität So Mal ein bisschen die Stimme ölen Wo ist jetzt dieses besagte Raumschiff Oh komm er kommt nicht weiter Oder er zeigt mir den Weg Das kann auch sein Ja Oh Ich bin frei Ach guck mal So Mal ganz kurz Ein bisschen Red away Äh 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 Was geht denn hier ab Das sieht nicht nach einer Pflanze aus Was zum Teufel macht er da Achso Der ist am fighten und ich gucke mir hier die Pflanzen an Nein das wollte ich nicht Den wollte ich Das heißt hier laufen immer noch todeswütige Kreaturen durch die Gegend Wo bist du gerade reingegangen? Hier ne Aufbereitetes Wasser Nice Bruder heute kommt noch vor Lordshelter Ganz genau 1630 Fangen wir an Fieberblüten Fieberblüten Was ist denn das jetzt schon wieder? Oh oh Ah Nährstoffentzug Deswegen kriegen wir so schnell Hunger Oh hi Erreich eine höhere Stufe während irgendwas Cool Können wir essen sobald wir irgendwas zum kochen finden Wer bist du eigentlich? Wo macht denn Licht aus? Habe ich Licht an? Nein Ach das ist Das ist das UFO? Den schnappe ich mir bevor es jemand anderes tut Fall nicht runter Äh es sind nur noch Stücke Alles klar Alles klar Sorry dude aber ich musste mir den legendären schnappen Er ist auch hochgeflogen Komm gib mir dein Fleisch Kann ich gut gebrauchen Ich hoffe der legendäre ist noch da Erschieß ihn doch Wir sind doch hier zu zweit So wir müssen mindestens zum legendären kommen Ich will dieses Zeug haben Ah Okay und da geht es wahrscheinlich zur anderen Seite Aber wie cool ist das denn? Richtig cool Aber was hat dieser Kommunist hier gemacht? Da liegt er ja Achso der hat keinen Kopf mehr Ich wollte dir gerade sagen Was ist mit dem los? Schwarzpulvergewehr Regeniere deine Gesundheit für kurze Zeit Wenn du einen Gegner triffst Okay Das sind Kommunisten Tatsächlich Leben die hier seit Jahrzehnten? Wie viele Jahre sind vergangen? Zwanzig? Ich glaube schon Es war bei uns Ihr klaut mir mein Zeug Was bist du denn? Du bist doch kein Zeug Hä? Was geht mit dem ab? Hallo? Du bist doch ein Ghoul Okay Also wer seine Waffe kaputt machen möchte Kommt hier her Was ist denn? Okay Alles klar Hier steht also ein Unsterblicher Ghoul Der mich jetzt verraten kann Jederzeit Ja ich schieße ihn ruhig weiter an Alles gut Hallo Dieser Schmerz Dieser Schmerz Das sind alles Ghoul Was ist das für ein zusammengewürfelter Haufen aus Kommunisten? Nehmen wir mal hier hoch So Infiltrierung Von hinten Ja beide haben es drauf Was? Einbringling? Wem Raketenwerfer hängt er da? Alles klar Junge Und er hat ihn direkt abbekommen Noch einer mit Raketenwerfer hier Nein Gibt es hier keinen Hintereingang oder sowas? Was macht er hier ganz alleine auf dem Dach? Das ist weird Die chinesische Volksbefreiungsarmee wird siegen Der steht da einfach immer noch Der regeneriert sich schneller als man ihn töten kann Na komm Wie heißt du? Jane McGeek Gehen wir mal rein Lass den armen Mann doch in Ruhe Oh da ist noch einer von der Sorte Ja Okay Und da ist noch einer von der Sorte Alles klar Oh das gehört mir Meins Wir müssen aufpassen Der kommt schon zurecht Ich vertraue ihm Zu preis von hinten Du machst das schon ne? Ich vertraue dir immerhin hast du schon eingetötet Die chinesische Volksbefreiungsarmee wird siegen Was? Eindringling? Was? Eindringling? Das kann nicht sein Noch nicht Versuche dich zu befreien Holy shit Der hat ja nur Rüstung an Die chinesische Volksbefreiungsarmee wird siegen Ja Mensch Was geht hier ab? Hier sind hier die chinesen am Start Glaub ich es ja nicht Aber es wird wahrscheinlich irgendwie ein Teil einer Quest sein später, oder? Kann man nicht vorstellen, dass die hier so was geiles hinbauen Ohne irgendwie Sinn und Zweck PRC Hauptader Zugangsschlüssel Bauplan brauche ich nicht Wobei den kann ich verkaufen Was ist das? Lederrüstung mit Taschen Ja komm Kann man verkaufen Na gut Wir haben einen Schlüssel bekommen Rettungsring Nehmen wir auch mit Improgewehr Schnelles Magazin Zollstock Kommt ein bisschen Holz Ja gut Essen wir mal wieder was, ne? Ein bisschen Insta-Püree Wir bräuchten irgendwie eine Küche oder so Die brauchen doch hier irgendwas zum Essen Wir müssen doch hier irgendwie Nahrung zu sich nehmen, oder? Erdostig bin ich jetzt auch noch Stimmt, wir müssen unser Wasser zu Hause auf jeden Fall schnell aufbauen Damit wir Zugang zu Trinken haben Ach, gucke mal Say's Berry Steak Gatling-Geschütz Oh, scheiße Habt ihr hier irgendwas, womit ich basteln kann? Wahrscheinlich nicht Keine Bastelwerkstatt oder so Kann man rein theoretisch Hier seine Basis aufstellen Ich frage für einen Freund Für dich Meine Liebe Guck mal, wie schön sie ist Ich würde sie am liebsten heiraten Aber leider kann sie sich nicht bewegen Nein Kämpferlegen geht hier nicht Na gut, dann müssen wir jetzt so durchlaufen Also, wir haben jetzt einen Schlüssel für die Hauptader bekommen Müssten das nicht Verbrannte sein, wenn sie hier rumlungern? Oh, ich hab mich vom Parasiten erholt Nice So, das Say's Berry Steak Oh, knusprig eigentlich Äh, Say's Berry Steak So, da ging ja noch Es ging ja noch weiter Jo, Paul Willkommen zurück In der Abwesenheit haben wir was Geiles gefunden Und der Typ, der mich verfolgt hat, ist weg Bin wieder allein Auf mich allein gestellt Das heißt, hier muss es doch irgendwo einen Zugang geben Zu einer Hauptader, oder? Oder vielleicht in einer anderen Höhle Palaccio Hier habt ihr euch also rumgetrieben, ihr Kommunisten, ja? Politickel? Ich hab den falschen Weg genommen Erst mit dem Schlüssel müssen wir uns merken Wer weiß, vielleicht finden wir irgendwann den Zugang aus Versehen Oder vielleicht kann einer von euch sich vielleicht vorstellen Wohin uns das führt Echt jetzt? Hier bin ich? So, für alle, die mal in die Höhle wollen Die ist daneben Und da ist der Gudi Deckel Also, wenn ihr mal hierher wollt Jetzt wisst ihr Bescheid Ja, gut Dann, äh, bis wir endlich Äh, was zum Äh, auseinanderbauen finden Gehen wir mal zu den anderen Gebieten, die wir hier gesehen haben Die neu sind Ups Ich wollte eigentlich gucken, was da hinten ist Ach, der Atomreaktor sprüht jetzt endlich mal ein bisschen was raus Jetzt verstehe ich Das ergibt Sinn Ich hoffe, da ist eine Werkbank Irgendwo da muss ja wohl eine Werkbank sein Da muss vieles Neues dazu gekommen sein Ich höre jemand Musik spielen Hier draußen gibt's nichts Gutes Überall Fehlanzeige Alles Scheiße Wir sind voller Maß Holy Shit Dich hab ich gesehen mit dem Raketenwerfer Alles klar Das sind die bösen Buben hier, ja Zum Preis, ich komm von hinten Alles klar, du bist Stufe 1 und hast ein ganzes Ja, ist okay Nein, ist okay Stufe 1 verträgt mehr als ein Schuss von meiner 10 Millimeter Am Arsch Blutatler! Blutatler! Ja, ich weiß wie er heißt Ich hab deinen Namen gelesen Du bist verdammt noch mal tot Du bist schon tot Du darfst eigentlich gar nicht mehr reden Was war das für ein Geräusch? Ich spüre es Da ist was in der Nähe Da haben die die Alarmanlage angemacht Wie krass sind die denn drauf? Ist das cool Dass die da sowas können Geil Habt ihr eine Werkbank hier? Könnte ich jetzt gut gebrauchen Ich glaub das mit dem Untergrund gehört zu einer Siedlerquest Wenn ich mich nicht irre Hm Ja, dann wissen wir schon mal wo wir hin müssen Aber ich untersuch trotzdem mal die neuen Gebiete Ich hab Spaß dran Oh Gott Es gibt neue Hunde Hunde, die zweimal sterben anscheinend Ahaha Ey, ihr könnt mir nicht erzählen, dass ihr hier keine Werkbank habt Ganz ehrlich Jungs So arm könnt ihr doch nicht sein, oder? Niemand ist so arm Selbst ich hab ne Werkbank Und ich bin arm Ich hab echt hier nichts Dreh am Rad Ja gut, wir haben ja hier Wir haben ja hier noch andere Gebäude Ne? Hoffen wir auf das Beste Ah, ich glaub das wird mir nicht weiterhelfen Wobei ich kann kochen Das ist ganz gut Da, Feuerhut, ne Feuerhutsuppe will ich nicht machen Hirnpilzsuppe, was? Warte, es gibt doch Es gab doch so einen Knopf Äh Ah Starlight Bärlauflauf Man kann hier echt viele neue Sachen machen Da, das hier wollte ich machen Weißt du was, wir machen alles Das vergammel ich ja eh sonst, ne? Können wir wenigstens vernünftig essen Und vielleicht schaffen wir unser Gewicht zu reduzieren Nein, schaffen wir nicht Aber vielleicht Na komm, das will ich auseinanderbauen Ich könnte es jetzt wegnehmen Aber Passt schon So, TP und Ausdauer Naja, immerhin Russische Eier Noch mehr TP Äh Leuchtpilzsuppe Strahlung wieder stehen Das ist cool Aber Stärke wäre eigentlich das Was ich mir gewünscht hätte Oder gewünschen Wie heißt das? Ich weiß es nicht Duchess Drink Naja Okay Dann gucken wir beim nächsten Gebäude vorbei Ach Der will mich wieder zurück in die Höhle führen Wollen wir zuerst die Quest zu Ende machen Ah Das wollte ich vermeiden Komm Scheiß drauf Ich gehe da hinten hin Wozu frage ich euch, wenn ich es eh mache Ey, weiß es nicht Interessiere mich halt für die neuen Dinge Ich finde es auch cool, dass die alle Powerrüstung tragen Muss ich sagen Das ist eine coole Sache Dann ist es ein bisschen mehr herausfordernder Außer, dass es natürlich hier und da noch ein bisschen verbuggt ist Wo kommt hier denn alle her? Wieso halten die so viel aus? Was sind das für Hunde? Und ich will auch einen Hund Grünes Halstuch Ist der jetzt weggelaufen? Wieso kriege ich keinen Hund? Wenn es hier schon normale Hunde gibt Ein Siedler Oh Wo habe ich den umgebracht? Ach, den habe ich umgebracht Alles gut Ich dachte, ich wäre es gewesen Alles gut Ey, ich bin unschuldig Hätte ich nicht gedacht Dass ich mal unschuldig bin War hier nicht gerade noch ein Gebäude? Hä? War hier nicht gerade noch ein Gebäude? Hier war doch gerade noch ein Gebäude, oder? Hier war doch gerade noch ein Gebäude Hä? Jetzt bin ich verwirrt Hä? Bin ich nicht gerade um ein Gebäude rumgeschlichen, Leute? Habe ich mich deportiert? War ich nicht da Doch, ich bin von da oben hier runtergegangen Und dann war hier ein Gebäude Ich bin mir zu 100% sicher, dass hier ein Gebäude war Hier Und ich habe mich hier drum herum geschlichen Leute, sag mir bitte nicht, dass ich verrückt geworden bin Ich schwöre, hier war ein Gebäude Aber sowas von Ich achte mal ein bisschen auf den Chat jetzt Ein bisschen intensiver Damit ich weiß, dass ich nicht bekloppt geworden bin Hallo? Geh mal zu Hause Ah, okay Wir legen den Gegner Ausblick Hütte Alles klar Diese Tür ist auffällig Sie führt in ein Kinderzimmer Luca Cola Truck Ja Den will ich haben Wie er schön in meine Waffe reingelaufen ist Ich liebe diese Gegner Ja, komm Gehen wir zurück zur Quest Macht ja alles keinen Sinn Das sind jetzt billige Gebäude, glaube ich nur Wobei du siehst noch interessant aus Was bist du für ein Gebäude? Warum hast du so drei Zacken? Oh, hi Interessante Gebäude Kann man ja noch mal kurz angucken On-Ride-Summer-Villa Ach stimmt, ich bin ja hergekommen wegen der Bergpunk Da war ja weit Da war ja weit Hier ist ja nichts Kennen wir nicht diesen Ort Das muss eine Kopie sein Von irgendwas anderem Weil beim anderen war hier ein Fahrstuhl dran Na gut, gehen wir nochmal kurz zurück zu diesem Gebäude Gucken, ob wir da eine Werkbank finden Wer schießt da? Ich brauche eigentlich nur eine Werkbank Dann bin ich glücklich Aha Haus von Kommunisten Ich wusste es So, wenn ich eine Werkbank wäre Wo würde ich mich verstecken? Im Keller Gibt es hier einen Keller? Aha Da kommt der Sache näher, Leute Aha Ich bin ein Profi, Leute Geformtes Plastik und da Super Das bringt mir alles nix Aber ich kann jetzt zumindest Ne, kann ich immer noch nicht Ich kann immer noch keine Sachen tragen So, Lasergewehr Lasergewehr Jetling-Geschütz Sturmgewehr Lasergewehr Ja cool, nichts bekommen Geil, danke auch Gerne wieder Wir müssen, glaube ich, die Granaten mal einsetzen Damit die weg sind Ich sammle ständig Granaten Aber ich setze sie nicht ein So, mal gucken, ob das Gebäude zurück ist Ich schwöre es euch Da war ein Gebäude Und ich werde mir das in der Aufnahme nochmal angucken 100% Ich glaube nicht, dass ich mich irre Ich bin drum herum geschlichen Genau hier war ein Gebäude Aber ist irgendwie so eine kleine Fläche, ne? Ich bin echt kurz davor, die Aufnahme kurz zu bänden Nur um reinzugucken Soll ich's machen? Ja, weil wir machen einfach weiter Wir haben jetzt noch eine gute Stunde Die will ich jetzt nicht verschwenden Mit Recherche, ob ich verrückt bin Wir wissen alle, dass ich verrückt bin Ja, also wir sind zurück beim Leuchtsignal Komm, machen wir die Quest weiter Was leuchtet denn da hinten so? Ich werde ständig abgelenkt von irgendwelchen Sachen Eisfloater Okay Dann ist das da hinten wahrscheinlich irgendwie auch ein Floater Ein Fletchfloater Wo kommt die jetzt eine her? Und du lebst doch? Also ihr komischen Stufe 1, Heinis Die irritiert mich ein bisschen Was macht ihr für komische Geräusche? Und was habt ihr hier? Brennstoff? Was? Was? Nochmal Was war das? Was genau passiert hier? Hä, was ist hier los? Wieso schreit mich der Boden an? Wieso ist hier eine komische Spur? Was ist mit diesem Spiel nicht in Ordnung? Ich glaube, der spuckt mich an Ich glaube, da unter der Erde ist jemand, der mich anspuckt Das nehmen wir mal mit Kristallscherben, überschüssiger Kleber Weißt du, was hat mir der andere gegeben? Alter, die Leichen findest du auch im Leben nicht, oder? Ja, lassen wir ihn mal alleine Der weiß schon, was er tut Ich will nicht behaupten, dass das Spiel noch ein bisschen buggy ist, aber Guck mal Was wir heute alles gesehen haben Man wachs Ich kann verstehen, dass man beim Spieldurchgang Dafür musst du mich erstmal treffen Dass man in einem Spieldurchgang Bugs findet, ist normal Hörst du wohl auf damit? Aber wir haben ja wohl ein bisschen extrem Adler am Boden Hab' ich schon gesehen Was schon wieder diese komische Adler? Okay, ich komm jetzt hoch Dann bleib ihr versteckt Lauf da, messelt das Adrass Keine Ahnung, ob das mit euch nicht in Ordnung ist, Leute, aber Hier gehen wir auf den Sack Das sind also die Raider aus Fallout 76 Das Abenden tut weh Hier, wenn du tot bist, ist das manchmal so Sonst niemand hier? Gut Die Quest führt mich ja ins Gebäude rein, anscheinend Das ist unter mir Und über mir sei da Über mir? Achso Nochmal Okay Du wolltest es so Du hast gesagt, ich soll doch mal schießen Mit unschuldig Ja, ihr habt es jetzt gesagt Ihr habt es alle gehört Oh, guck mal Zu spät Ja, nee, nee, nee Stefan regelt Habt ihr gesehen? Ich hab ihr das Leben gerettet Er wollte sie abstechen Ich hab's ganz genau gesehen Ja, um dich herum sterben, Leute Du solltest flüchten Oder irgendwas anderes Just float the things Was haben wir denn da? Handanpuck-Sensor Ich frage mich, was Mr.President da unten sagt Also nicht der Präsident, sondern der Bot Wenn man nochmal zu dem geht Oh Wieso bist du auf so einem hohen Level? Ich hoffe, dich zu verstecken So kann man das auch regeln Aber war das nicht bei YouTube damals so Dass, äh, der Delay immer größer wurde? Ja, alles gut Ja, ich weiß noch Als ich damals öfters gestreamt habe Ich bin Gänsehaut In der Nähe ist irgendwas Dass wir später Am Ende Irgendwie ein Delay von 30 Minuten hatten Das waren noch Zeiten Jetzt hört auf doch alle zu explodieren Der hat Spaß gehabt Ich glaube, jetzt weiß jeder Bescheid Dass ich hier bin Ach, guck mal Da unten muss ich hin Ich mein Es ist ein Adler Ist ja Eigentlich nicht verkehrt daran Wenn er ein bisschen rumfliegt, oder? Kann ich mir Ein paar Beulen ersparen Wenn ich hier rüber springe Alter, wie weit kann ich denn springen? Ah, hier können wir runter Perfekt Und wieder aufs Dach So, ich möchte gerne Zuerst zu diesem Handsensor War der hier irgendwo, ne? Ich hab von da aus In die Richtung, glaub ich, gezielt Ja Was kann man hier Handsensoren? Erstmal das Clown Na klar, kann man natürlich nicht umstoßen Ein Wahlterminal Konnte man wählen gehen So wählt man im 21. Jahrhundert Willkommen Wähler Dieses experimentelle System Wurde entwickelt Damit lange Schlangen Und Wartenzeiten Endgültig der Vergangenheit angehören Wir laden Sie ein Am ersten Test des Systems Teilzunehmen Dienstag, den 2. November 2077 Ja, das ist immerhin Ich glaub Eineinhalb Monate Vor dem großen Boom Na gut, gucken wir mal rein Was hier ist Mürt langsam Zeit Alles klar Versteckt Unser erstes Alien Das wir erlegt haben Da war ich sehr stolz Falls die normalerweise Sehr schnell weg sind Okay Das war auf jeden Fall Die Zugangsdata Das war nicht Das war nicht die Karte Die wir bekommen haben Als wir unter der Erde waren Das wäre ein zu großer Zufall Glaube ich Mission Impossible Habe ich wurde entdeckt Ha, ich hab ihn Ist mir alles scheißegal Nein, ist es mir nicht Bin schon weg Das war es wert Kannst mich gar nicht treffen, wa? Oh, da kann er Hallo, ich äh Den Freund mag mich nicht Ja gut Ich bin ja auch eingebrochen Der redet doch Kann ich das irgendwie deaktivieren? Naja, jetzt hab ich eh Zugang Das ist fake Unglaublich Oh Ach, das ist doch der Oh Ah, das ist doch ein Protektron Vielleicht wir haben Anderen Körper gesucht Okay, jetzt bin ich Aus Versehen eingebrochen Äh Hätten wir natürlich Auch leichter gehabt Wir wollten noch sowas haben Und nicht sowas Hallo, kann ich mir Ein Roboter für meine Basis bestellen? Oh Na gut Was haben wir denn hier? Noch einen Geist? Ich kann Ihnen keinen Frieden bringen Geist Lassen Sie mich in Ruhe Ich bin kein Gast Äh, ich bin ein Gast Kein Geist Muss das sein, Geist Ah Na gut Willkommen bei Duncan & Duncan Appalachias führendem Robotergeschäft Ich bin Scanner Wie kann ich Ihnen helfen? Selbsterklärtes Lebewesen Der Geist braucht einen Wirt Einen Aggressotron-Körper Ich wusste es Nun Aggressotrons Sind aber leider Militärische Hardware Geist Daher sind alle unsere Maschinen Bereits reserviert Offene Transaktionen Mit dem Militär Müssen nur noch Abgeholt werden Das verstehen Sie sicher Nein US-General Ach ja Stimmt Das bin ja ich Der Aggressotron ist für das Militär Oder? General Zero Eins ab Zu deinen Diensten Ich bin hier Um besagten Aggressotron mitzunehmen Oh Hätten Sie das nur früher gesagt Entschuldigen Sie vielmals General Bitte Das Chassis ist oben Nach oben Jetzt habe ich aber den Sender schon woanders angebracht Werden Sie fortan hier spuken Entzückend Ja Ganz genau Aber ich habe den Sender jetzt schon angebracht Ach Gott Das ist dämlich Nein Ah nein Und jetzt laufe ich da mit dem billigen Protektor durch die Gegend Kann ich das noch ändern? Ich hoffe ich kann das noch ändern Wenn nicht wäre das echt Schiese Oh ich hätte auch ein Mr. Handy nehmen können Ja wir haben doch eine Zugangskarte Ah Zugangskarte bekommen Tada Aber wir können leider nichts mehr machen Geil Ich habe es verkackt Ist das schön Ah ist das schön Ich liebe es wenn ich Dinge verkacke Hä Ist ja wie ein Geheimgang oder so Oder spuke ich jetzt hier Ah ich hätte das Schöner Anblick Ich hätte das von hier aus anbringen können ne Gibt wahrscheinlich da noch einen geheimen Zugang oder so Könnte ich mir denken Nur sehe ich keinen Das ist auffällig Leute Das Ding hier ist auffällig Aber es bringt nichts Das ist der einzige Kronleuchter hier Mit dem hier Hm Kann ich das wieder rückgängig machen Ah Da brechen wir gleich ein Nicht gegenlaufen Zero Nicht gegenlaufen Ich möchte Dinge ungeschehen machen Komm Den Weg ersparen wir uns mal Entschuldigung Ja Nur Kunden dürfen den Ausstellungsraum betreten Jo Hau rein Ich bin Kunde 100% proof Okay Jetzt müssen wir hier nochmal durchknacken Geil Aber jetzt bin ich in dem Raum wo ich sein wollte ne Ja Bitte lass es mich rückgängig machen Bitte Ich will nicht mit dem Protektor rumlaufen Nein es geht einfach nicht Kann ich den kaputt machen Nein das geht auch nicht Ah Tötet mich Tötet mich Aber es bringt ja nichts Scheiße Ich hab's verkackt Leute Ich hab nicht nachgedacht Wie immer Hätte ich nur eine Sekunde nachgedacht Dann Komm Tötet mich Komm Ich hab's verdient Okay Gucken wir mal hier rein Scheiße Gibt's doch nicht Glaube mir Relog Kann man Das nochmal ändern Aber bin mir da nicht ganz sicher Bei manchen Quests klappt das Hm Soll ich das mal machen Ich mein wir sind ja noch in diesem Gebäude Solange wir nicht rausgehen Wir testen das mal Das wäre geil Ich will nicht wie jeder Hans-Dieter Mit so nem Komischen Gedöns rumlaufen Wir testen das mal Wenn's klappt dann Hervorragend Wenn nicht Dann haben wir's getestet Was war das? Info Fallout first Ein exklusives Holt euch das Unversechselbare Ranger Rüstung Outfit Das es nur für Mitglieder gibt Außerdem könnt ihr euch Monatlich über 1650 Atome freuen Die ihr Mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis An Atom-Shop ausgeben könnt Weckt mich doch Okay Wie teuer ist denn das? Mal wenn man im Team-Bereich ist Vor dem Auto-Safe So ne Ranger Rüstung Hätt ich echt richtig gerne Ich liebe diese Ranger Rüstung Nur mal gucken Wie teuer so ein Scheiß ist Dann verrechnen Mit den Atomen Die man bekommt Ich mein man muss es ja Nur für einen Monat kaufen Ne? Äh Wo ist denn das? Bibliothek Ähm Shopseite Fallout first Ein Monat 14 Wer hat euch ins Gehirn geschissen Leute? Ganz ehrlich 14,99 für einen Monat Ich mein man kriegt natürlich Einen Server Klar aber Heilige Scheiße Heilige Wer macht denn sowas? Die Rüstung ist zwar geil Aber ganz ehrlich Ne Ne Das seh ich nicht ein Das seh ich nicht ein Leute So Kehre zu Wayward zurück Scheiße Funktioniert leider nicht Aber ich möchte nochmal reingehen Um zu gucken Was in diesem Äh Hinter dieser Tür war Ja gut Dann Ist das jetzt halt so Finde ich da jemals wieder zurück Wo war das? Das war hinter so einer komischen Tür Geht mir aus dem Bild Ganz ehrlich Und trotzdem bist du tot Welch ein Zufall Das war das Gebäude wo ich drauf stand War das nicht hier irgendwo? Scheiße Ich find's nicht mehr wieder Das ist ein Bullshit Kann man doch nicht schnell hinreisen Vor die Tür Ne Gibt nur Summerville hier Hm Ich weiß noch wie die Tür aussah Wie siehst du denn aus Junge? Eine Skule wieder Scheiße Scheiße Das war auf jeden Fall ein Vordereingang Hier war es nicht Also hier hab ich gekämpft Ich find den Scheiß nicht mehr wieder Ja ich bin komplett orientierungslos Wenn ich keinen Questmarker habe In Spielen Es ist leider so Vielleicht seh ich was von oben Und dabei wird's eben erst spannend Ja ich komm doch gleich zurück Wenn ich's eines Tages hier hoch schaffe So Ich find's nicht wieder Orientierungssinn gleich null Aber wirklich Vorsicht Ich beiße Du bist tot Diese Verzögerung Wenn die sterben Bist du tot? Ja Okay Gucken wir uns die Türen ganz genau an Hä? Wenn ich's nicht wieder finde Dann find ich's nicht wieder Das ist zwar schade Aber Was soll's Ich bin dafür zu unfähig Leute Ich bin dafür einfach zu unfähig Guck mal Ein Bild ja cool Ich höre immer noch die Schreie Das war doch hier irgendwo Die Ecke Könnt's schwören Wahrscheinlich kann man da nicht mehr rein Anders kann ich mir nicht erklären Ob ich's nicht finde Gut scheiß drauf Ey ich find's nicht wieder Ich bin Ich schaff das einfach nicht Ich krieg das nicht hin Ist zu schwer für mich Das heißt wir werden niemals erfahren Was da hinter dieser Tür war Schade eigentlich Das zerfrisst mich jetzt innerlich Jetzt werd ich auch zum Ghoul Guck mal da ist sie wieder Bessie Ja Deswegen die Bemalung Ah das war keine Kriegsbemalung Das war eine Kuhbemalung Na gut Zurück ins Reward Ist es schade Aber Dann kriegt sie halt Hey Also Das ist ein Anderen Körper Das Signal ist laut und deutlich Ich verwende das Wort Hält ja eigentlich nicht oft Komm her Dann reden wir drüber Ja Ich hätte gerne das Mr. Handy Outfit genommen Dieser neue Körper Der passt noch durch die Tür Oder Ja Sag an Du hast bestimmt was gefunden Das meine Würde Und meinen natürlichen Charme Komplimentiert Ich habe dir den besten besorgt Den ich finden konnte Wirklich Das klingt wirklich Unglaublich Vertrauenserweckend Hey Immerhin ist es besser Als deine aktuelle Lage Meinst du nicht Du wirst ja auch nicht gleich In einen Toaster gestopft Dajus Aber ja Im Ernst Danke dass du deinen Hals Für mich riskiert hast Das ist wahr Du hast dich wirklich sehr Für uns eingesetzt Keiner von uns wird vergessen Was du für uns getan hast Aber Dann bleibt jetzt nur noch Eine Sache zu besprechen Oder Crane Bist du bereit Aber sei gewarnt Nicht alles was du hören wirst Dürfte dir gefallen Ich bin bereit In Ordnung Komm mit Wahrscheinlich werden wir niemals Ihren Körper sehen Ich weiß wo Crane ist Ich weiß wo sein Schatz ist Aber Es gibt ein kleines Problem Er ist ein Ghoul Er ist nicht diese komische Tür Ja Muss er Oh Er ist ein Verbrannter Hey Bist du wach Hm Möchtest du ihn vielleicht anstupsen Junge 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 ist Schlüssel Junge ist Schlüssel Das ist alles was er sagt Junge ist Schlüssel Oh Gott Duchess Dieses Ding war die ganze Zeit hier Dieses Ding ist Crane Solomon Was hätte ich denn deiner Meinung nach mit ihm tun sollen Er löse es von seinem Leid Diese Dinger sind Killer Duchess Polly und ich haben es selbst erlebt Das steht hier doch gar nicht zur Debatte Siehst du das nicht auch so Da ist noch jemand drin Würde ich jetzt nicht sagen Nein diese Dinger sind Monster Es ist nur barmherzig Sie von ihrem Leid zu erlösen Die Leute spielen keine Rolle Die sind gefährlich Ihn hier zu behalten Schreit förmlich nach Ärger Siehst du nicht diese Wehrlosigkeit Da muss man doch Drauf halten Ich bin nicht sicher Gibt es einen Weg ihn zu heilen Ich glaub nicht Wie bitte Wow 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 Nimm das besser ernst Dieses Ding könnte entkommen Dieses Ding könnte uns alle töten So wie sie beinahe Polly und mich getötet haben Ich kümmere mich darum Aber du musst es zulassen Duchess Solomon ich habe nicht an euch gedacht Du Du hast recht Tu es Danke Duchess Ich mach es kurz Es sei denn Du willst das übernehmen Aber was wenn es ein Heilmittel gibt Und wer weiß wie lange das dauert Wenn wir zu lange hoffen und warten Dass jemand fündig wird Dreht dieses Ding durch Tut mir leid Aber Crane gibt es nicht mehr Es Es bleibt nur noch zu entscheiden Wer es tut Du oder ich Ja mach du es Okay Entschuldigung Kumpel In den Rücken Könntet ihr uns Einen Augenblick allein lassen Natürlich Duchess Der hat ihm in den Rücken geschossen Ich mach es kurz und spätlos Danke Also dann Crane hatte eine Karte Und eine Zugangskarte Könntest du sie mir geben Cagecode 071990 Laut der Karte befindet der Schatz Sich in einem Versteck Innerhalb des Bergwerks Amgoli Hinter einer Tür Für die man eine Zugangskarte braucht Bergwerk Amgoli Dort haben Polly und ich Die Verbrannten aufgespürt Verdammt Heißt das Crane hat diese Dinger angelockt Als er das Versteck gefunden hat Wir brauchen uns also nicht mehr So schlecht zu fühlen Sol Verkneifst dir gefälligst Tut mir leid Also Zu diesem Versteck Ich wollte selbst hin Bin aber nicht weit gekommen Du kennst dich in Goli bereits sehr gut aus Also nehme ich an Du hast die beste Chance Tatsächlich an das Zeug ranzukommen Also Das ist mein Angebot Du kannst die Karte und die Zugangskarte behalten Keine Bedingungen Sie ist als Lohn deiner Arbeit für uns Aber gib mir dein Wort Dass du ab und zu vorbeikommst Und dir einen Drink kaufst Ich soll trotzdem für die Drinks bezahlen? Aber natürlich Ich habe vor aus unserem örtlichen Schatzsucher auch Den letzten Kronkorken herauszuquetschen Willst du sonst noch über was reden? Bevor du gehst? Irgendeine Ahnung Was Junge ist Schlüssel bedeutet? Hatte Crane Kinder? Keine Ahnung Er war immer nur allein hier Wenn er Kinder hatte Ist das schon lange her Hast du mir vielleicht was zu sagen? Vielleicht über Crane? Nein Schon in Ordnung Das ist eben die Welt In der wir leben Das muss ich nun endlich lernen Glücklicherweise habe ich Zugriff auf reichlich bewusstseinsverändernde Drogen Ich komme schon klar Aber danke der Nachfrage Das würde dir helfen Definitiv Eine Kugel in den Kopf Würde ihr glaube ich mir helfen Woher weißt du Dass Crane die Karte Und die Zugangskarte bei sich hatte? Vielleicht habe ich einfach Richtig gute Augen Oder er hat mal sein Hemd Nicht richtig zugeknöpft Oder es geht dich nichts an Du hast doch was du wolltest Kannst du nicht an der Gange Zu der Heimnisse lassen? Viel Glück Sie ist suspekt Lass uns handeln Suspekte Was hast du eigentlich so anzubieten? Nichts Aber ich bestimmt Uuuuuh Schrott So Was haben wir denn hier so schönes? Holz und Federung Ballistische Wehr Kann man gut gebrauchen Schraube ist gut Eis und Kristall Hört sich auch gut an Fieberglasrolle Gold Ja hier komm Das kannst du haben Hochleistungsmagnet Nukleares Material Kupfer Ja kann man auch behalten Kristall Den hier muss ich noch sichern Rohasbest kannst du haben Überschüssiges Antiseptikum Weiß ich gar nicht Na gut Passt Ich habe genau 1000 Euro Krokokken Ich weiß nicht Sie ist mir suspekt Woher wusste sie das? Ich muss das irgendwie Irgendwoher muss sie doch wissen Na gut Ich behalte sie im Auge Sie ist bestimmt der Endboss Plötzlich kommen aus hier so Drei Tentakeln raus Und fängt sie an Um sich zu schießen Mit denen Na gut Ich habe ein kleines Kind gesehen Auf unserer Wanderung Ein Kind habe ich bisher gesehen Und der sah nicht aus wie der Vater Der war hier Was wir unterwegs gesehen haben Da wünsche ich mir Dass Bessie noch ihre Waffen hätte Finde Cranes Schatz Wollen wir mal gucken was dieser Schatz ist Ich wette mit euch Das sind irgendwie 50 Kronkorken Eine 10 Millimeter Mit Visier Vielleicht zwei Schlagstöcke Irgendwie so ein Bullshit Es ist nie etwas großes Okay gehen wir wieder rein Ich habe eigentlich gedacht Wir müssen jetzt unser Leben lang damit leben Dass der Protektor und Polly Äh dass der Sorry Das Polly als Protektor rumläuft Aber wir werden sie anscheinend Wirklich nur sehen Wenn wir wieder da hingehen Dann tun wir das denn mal Ja gut laufen wir einfach hier entlang Was soll's Huch Wir sind jetzt hier mal aufs Ratten Vielleicht haben wir Glück Und die Gegner sind alle noch nicht Noch nicht gespawnt Aber ich höre Schüsse Ich hab's schon wieder Ich hab den Fehler schon wieder gemacht War nicht jeder Durchgang Ja Ja ich hab schon wieder die Fehler gemacht Zum zweiten Mal ey Äh Zur Sicherheit Einfach mal den Den gerade rausholen Ja ich wusste dass du da bist Komm her Oh Gott hier sind so viele Ich weiß gar nicht Auf wie ich mich zuerst konzentrieren muss Wow Verbrannter Champion Alter Läuft hier mit dem Sturmgewehr durch die Gegend Das Kind ist der Schlüssel Das Kind ist der Schlüssel Ah da war doch Da war doch ein Zugangscode auf der Karte verzeichnet Notizen Grains Karte Cagecode 071990 Das will ich mir im Leben nicht merken 071990 Aber seht ihr diese Wir haben da Xe Wir gehen erstmal hier rein und gucken Nein 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 Ich guck mir zuerst die anderen Scheiß an Also Wenn wir jetzt hier vom Cage sind Ne Das muss ich mir bildlich vorstellen wo wir sind Wir sind hier am Rande der Karte So Ne ich muss mich anders hinstellen Ich muss in die Richtung blicken glaube ich Ne Genau Dann ist rechts von uns Ne wenn ich richtig gucken will Muss ich da in die Richtung gucke Ich muss Ich muss mir das bildlich vorstellen So Dann ist links von uns oben Etwas Und in der Mitte Also tatsächlich hier Die Goldader anscheinend Er hat die Goldader markiert So Wenn hier der Cage ist Dann muss da oben links auch etwas sein Wehe du markierst hier nur Goldadern Dann bringe ich dich nochmal um Ich glaube weiter links Hier ist doch der Durchgang Äh Hier ist doch der Durchgang Meint ihr die Holzkiste hier Ach komm Ich hasse es so sehr ne Ihr könnt es euch gar nicht vorstellen Wie ich das hasse Ja super Da ist er Der Schatz des Jahrtausends drin Oder er meint wirklich hier in diesem unteren Bereich nur Ne hier ist auch nichts Also wenn wir die Karte ernst nehmen Und er ist auch ganze Bereiche zuordnet Dann wird er hier drauf aufmerksam gemacht haben Aber ich sag auch nichts Oh Spitzhacke Meint er damit die Spitzhacke? Das wäre ein bisschen armselig Ach komm mal Weißt du was gehen wir rein Geil Lagt da oben gerade was drauf Da liegt da oben was drauf Kann man nicht lesen Schade Na gut 0 7 1 9 9 0 Ja es funktioniert Wird es gedacht So Tür wieder zumachen Nicht dass ich einen anderen Spieler hier irgendwas aufmache Es wäre nett Ich und nett Dinge die nicht zusammenpassen Automatisches Vorratslager von Robco Robco Industries Alles klar Alles klar Alles klar Noch ein Kartenlesegerät Diese Tür ist mit einem Riegel Warum? Greif ich hier jetzt auf Roboter? Ah guck mal da leuchtet irgendwas In der Arbeise Tötet sie Alles klar Wo wolltest du hin? So Wir haben nicht mehr viel Zeit Scheiße Also ich werde das hier auf jeden Fall noch zu Ende bringen Und dann wechseln wir zu Fallout Shelter Aber ich gucke mich trotzdem hier in Ruhe um Werbezeit Unerlaubter Zugriff verzeichnet Gegenmaßnahmen eingeleitet Hätte Kein Fetter Militärroboter Was auch immer hier ist Ich will es nicht wissen Was Ist auch ein Für das Okay Okay Ja gut Alles okay Ich gehe mal kurz hier rein Vielleicht kann ich das ausschalten Robco Robco Industries Ich hab Spaß Ich hab Spaß Ich hab Spaß Ich hab Spaß So okay Wollen wir es normal klären Wir klären das jetzt normal hier Zack Falscher Eintrag Oh ich liebe es Auch falscher Eintrag Das bringt mich so voran Ich hasse es so sehr Null 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 Ziehen wir es richtig durch Also richtig mit falsch Eintreffer Cell Du kannst es nicht sein Du kannst es sein Eintreffer Rest Zwei Treffer Ich hab sowieso Kein Versuch mehr frei Es ist Stufe 0 Leute Ich drehe ruhig Zwei Treffer Vier 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 Null Geneerft Geneerft Vier Weißt du Im Ursprungsspiel Da konntest du viel einfache hacken Da hast du einfach alle Methoden rausgesucht Hier Zack Versuche zurückgesetzt Am Arsch Da habe ich schon keinen Bock mehr. Ja, das ist halt viel mehr, konntest viel mehr Fehler finden. Falscher Eintrag entfernt. Falscher Eintrag entfernt. Und hier findest du jetzt kaum was. Kaum bis gar nicht. Und das, das, komm, wir machen Stay. Weil dein Hashtag davor ist. Stay Home. Oh, ich hab's geschafft. Pip-Boy registrieren. Äh, George, Haus macht automatisch automatisches Vorratslager dicht. Bitte löschen, bevor alles versiegelt wird. Hoffentlich geht's dir gut, Ka. Pip-Boy registrieren. Pip-Boy gefunden. Registrierung abgeschlossen. Gegenmaßnahmen deaktiviert. Pip-Boy bei Zugangspunkt verwendbar. Ka. Okay. Pip-Boy registrieren. Pip-Boy vor dem Eintreffen der Kunden an diesem Terminal über die Auswahlfunktion auf dem vorherigen Bildschirm. Äh, achso, fang damit an. Fünftens, halten Sie den registrierten Pip-Boy vor das patentierte Easy-Assess-Auge von Robco. Der Kunde muss einfach im Ring stillstehen. Das ist echt nicht schwer. Sechstens, betreten Sie das Vorratslager. Siebtens, gehen Sie die Tour durch das automatische Vorratslager durch. Achtens, begeben Sie sich zum Robco Megaspender. Neuntens, geben Sie dem Kunden eine Automatenkarte und bitten Sie ihn, diese an einem Platz seiner Wahl zu hinterlegen. Wir haben nur eine Marke. Ich habe sie auf dem Podium im Ausstellungsraum gelassen. Verliere Sie nicht. Hier drunter? Eine intelligente Aufbewahrung. Der endgültige Name einfügen. Einen Tresorraum kann jeder bauen, aber Sie brauchen einen Aufbewahrungsort, der genauso clever ist wie Sie. Robco patentierte Technologie gewährt Ihnen nach beliebem Zugang zu Ihrem eigenen endgültigen Namen einfügen. Mit Ihrem Pip-Boy 2000 von Robco als Schlüssel kommen Sie jederzeit hinein. Bestellen Sie noch heute. Erhältlich ab irgendwann. Unterm Schreibtisch. Ich sehe hier nichts unterm Schreibtisch. Muss ein anderer Schreibtisch sein. Der ist es auch nicht. Was hat das zu bedeuten? Hier geht es auch entlang. Wo sind wir jetzt hier? Ach lol. Sehr witzig Spiel. Sehr, sehr witzig. Sehr witzig. Ja gut. Wäre ich doch von Anfang an lang gelaufen. Ich sehe hier sonst kein Schreibtisch. Ihr? Ich glaube nicht. Podium und schreit um Schreibtisch. Die zwei Dinge müssen wir abklappern. Na gut. Ach ja. Andere Tür. Jetzt dürfen wir hier rein. Das sind auch Schreibtische. Ich habe mich erschrocken. Ich dachte, was ist denn nun los? Willkommen möglicher Robco-Kunde. Was zum? Okay. Guck mich auch, Ameise. Guck mich auch. Okay. Guck mich auch. Es ist ja ein tolles Lager. Na gut. Kaputte Puppe. Hier muss man einlagern. Definitiv. Hier liegt überall Geld. Ich sehe schon. Der funktioniert auch tadellos. Noch mehr Geld. Komm, das nehme ich jetzt aber. Das ist so viel. Das muss ich haben. Das muss ich einfach haben. Da ist mal nichts drin. Oh, frisches Essen. Ja, wow. Das sieht wirklich frisch aus. Oh mein Gott. Data Storage. Schatzbrief 100. Der endgültige Name. Einfügen. Okay. Wollen Sie Ihre Investitionen sichern, dann schützen Sie Ihre Zukunft mit einem endgültigen Namen-Einfügen-System. Jeder im Auftrag für die für Sie hergestellte endgültigen Namen einfügen, bietet die perfekte Bischung aus Sicherheit, Komfort und Sparsamkeit. Erhalten Sie zu jeder Tages- und Nachtzeit Zugriff, ohne sich mit lästigen und wartungsintensiven menschlichen Wachen herumschlagen zu müssen. Bestellen Sie doch heute. Waffen hier hinzufügen. George, Waffenabteilung. Nichts allzu ausfallendes. Irgendwas, um Demonstranten zu verschrecken. Geil doch. Billowaffen. Ich mag doch was Legendäres dahin für mich. Geil. Exit? Ich bin hier noch nicht durch, ja? Da war doch noch irgendwas. Geh mir aus den Augen. Ich sehe hier auch kein Podium. Aber Kartoffelchips. Ich muss mal kurz was trinken. Und was essen. Oh, komm. Kartoffelchips, knusprige Scheiße hier. So. Unterm Schreibtisch. Hier ist ein Schreibtisch. Oh, 10 Kronkorken. Ah, das ist ja wirklich lieb von dir. Also, ohne diese 10 Kronkorken wüsste ich gar nicht, was ich machen sollte. So, Podium. Was zur Hölle ist ein Podium? Ich sehe schon, was ein Podium ist. Mega Dispenser Test Token. Das ist er. Laserpistole erhöht der Schaden für jeden weiteren Treffer am Ziel. Das ist cool. Automatenmarke nicht gefunden. Bitte mal den vorgegebenen Schlitz einführen. Ich habe es nicht gelesen. Aber wir werden wahrscheinlich mehrere Marken davon bekommen. Dann kann man hierher zurückkehren und sich eine legendäre Waffe aussuchen. Oh, hätte ich das gewusst. Oh, verdammt. Wieder zu vorheilig, ne? Aber ich meine, die ist ja eigentlich nicht schlecht. Wir haben da recht Glück gehabt. Dass ich das erste wirklich genommen habe. Stufe 45. Ah, gut. Schaden 81. Erhöht Schaden für jeden weiteren Treffer am selben Ziel. Das ist für Bossgegner eigentlich gar nicht mal so schlecht. Kann man sich merken. Alles klar. Ich finde bestimmt noch mehr Tokens. Und Big Bronx, du hättest mich ruhig mal bahnen können. Jetzt habe ich mich einfach irgendwo reingegengedrückt. Wenn ich jetzt Scheiße bekomme. Ja, gut, Scheiße ist es nicht. Aber es ist nicht das, was ich mir holen würde und wollen. Gefällt Ihnen, was Sie sehen? Dann bestellen Sie Ihren vollständigen, anpassbaren Namen hier einfügen. Doch heute richten Sie alle Anfragen an unseren Vertriebsmitarbeiter. Position einfügen. Finanzierung möglich. Erleben Sie die Zukunft mit Robko. Ich meine, das war ein guter Schatz. So ist es nicht. Aber ich hoffe, ich kriege noch mehr von diesen komischen Testmedaillen. Ich hoffe, die findet man irgendwo. Das wäre ein Traum. Rattengift. Ja, gut. Leute. Das soll es erstmal gewesen sein mit Fallout 76. Das wird es nächste Woche nochmal geben im Livestream. Ich weiß noch nicht, wie ich das aufbauen werde, weil nächste Woche muss ich früh zur Arbeit, am Sonntag. Also früh, muss um irgendwann 20 Uhr los. Oder muss ich halt besser ein bisschen planen, sodass ich anders streame. 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 Wir schauen uns das mal an. Wie ich das mache. Mal gucken. Und dann würde ich sagen, für alle, die in Achtregel diesen Stream geguckt haben, wir sehen uns dann morgen zum nächsten Stream, wenn ihr bereit seid, dabei zu sein. Und für alle anderen, jetzt geht es in die zweite Folge Fallout Shelter. Gut. 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 Vielen Dank.